Herzlich Willkommen zu den Comic-Cookies! Cookies, Comic-Cookies, lecker! Herzlich Willkommen alle miteinander zu Folge 92 von den Comic-Cookies, die Oktober-Ausgabe 2020. Mein Name ist Andi, ich bin zwar der Andi Preller, wir haben ja mehrere Andis. Aber zunächst mit uns, wir wieder in der illustrieren Runde, ist der Breedstorm. Hallo Breedstorm, wie geht's? Schönen guten Abend, wunderbar wie immer. Dann haben wir auch wieder den Patrick mit dabei. Patrick, hallo! Hi! Und dann den anderen Andi. Andi, was geht? Hallo Andi, alles geht. Alles geht, fantastisch. Dann finden wir uns hier in dieser Runde wieder zusammen, um ein paar Comics vorzustellen. Denn, wie ihr merkt, wir sind diesmal wieder zu viert. Dementsprechend haben wir uns wieder geeinigt, dass jeder von uns zwei Comics vorstellen wird, so wie wir es letzten Monat auch schon gemacht haben. Ich weiß gar nicht, machen wir irgendwie so Housekeeping und so? Vorne weg nicht, oder? So Twitter und wo man uns so findet, so diese ganzen Palaver. Haben wir da Regeln dafür, wie wir das hier halten bei den Comic-Cookies? Ihr seht alle sehr leidenschaftslos dazu aus. Meinst du jetzt so Kommentare, auf die wir eingehen, auf diese umfangreich vielen Kommentare? Nö, ich meine so dieses, wir sind die Comic-Cookies, wir besprechen Comics. Und uns findet ihr auf Twitter unter dem Handle und auf Facebook und auf Instagram. Das werbetechnische meint er einfach. Ja, manche Podcasts machen das ja so. Euch scheint es egal zu sein und ich habe jetzt auch ein bisschen was gesagt. Also von daher kann man das auch überspringen. Also von den Shownotes auch, da habe ich alle Links immer drin. Das heißt also, wenn ihr euch eh nicht merken könnt, wie wir heißen, dann guckt doch mal in den Shownotes oder auf YouTube oder wo auch immer. Da gibt es dann alle Details nochmal zum Nachlesen vielleicht. Wer die Folge gehört hat, hat uns ja irgendwie gefunden. Und kann dann wahrscheinlich vielleicht davon auch Rückschlüsse ziehen. Wir sind auf Social Media zu finden, auf den üblichen Kanälen. Das kann nicht so schwer sein. MySpace. Das war vor meiner Zeit. Also vor meiner Zeit als Comic-Cookie. Ich weiß nicht, ob es eine Comic-Cookies-MySpace-Seite gab. In diesem Jahr gab es eine MySpace-Seite für die Comic-Cookies. Das war 2012 auch schon durch, oder? Breedstorm war auf MySpace, das muss ich jetzt zugeben. Aber da gab es noch keine Comic-Cookies. Ja, 2012 war das mit MySpace dann doch auch schon durch. Na gut, also, illustre Runde, wie gesagt. Vier Comics, nee, acht Comics macht es dann bei vier Leuten, die wir heute wieder vorstellen. Wir gehen erst mal so im Kreis drumherum und jeder kann seine zwei Titel nennen. Einfach mal vorne weg, so als Inhaltsangabe. Und dann gehen wir in die Einzelbesprechung. Und ich fange einfach gleich mal an. Ich habe heute mitgebracht zum einen den Comic Nachts im Paradies von Frank Schmolke und die Legende von Kronos-Rocco von Bela Sobotke. Ich habe heute komplett deutschsprachiges, beziehungsweise auch deutsch produziertes Programm. Breedstorm, was hast du dabei? Ich habe Spiro präsentiert Nummer vier mit dem schönen Titel Rummelsdorf und dem Untertitel Enigma. Und der zweite Band ist im Schatten des Krieges von Sarah Glidden. Patrick, was gibt es bei dir heute? Bei mir gibt es Rocky Beach von Christopher Tauber und Hannah Wenzel und Archi Noah von Sascha Dörp. Also auch komplett deutsch. Andi, was hast du? Bei mir ist einmal dabei Superman von Guion Capedea. Das hat aber nichts mit Superman zu tun. Nur mal so. Und dann noch von Verena Braun Adamstown. Also das eine ist ein Schweizer, die Dame ist eine Deutsche. Sehr gutes Programm, bestimmt. Ich kenne einige Titel davon nicht. Die meisten wahrscheinlich. Fangen wir einfach mal an. Breedstorm, stell mir deinen ersten Comic vor. Ja, dann würde ich den Rummelsdorf nehmen. Aus der Reihe Spiro präsentiert die Nummer vier. Und zwar, ja, Spiro bin ich mittlerweile schon ein großer Fan. Das war was, was ich als Kind teilweise gelesen hatte. Aber wenig besessen und in den letzten Jahren hatte ich mir so ziemlich alles, was es gab, zusammengekauft. Mittlerweile bin ich wieder, weil sehr viele neue Sachen rauskamen, zurückgefallen. Und eine dieser Sachen, die ich noch nicht gelesen hatte, war die Spiro präsentiert Reihe, wo Nebenfiguren einfach ein bisschen näher beleuchtet werden. Also nicht Spiro und Phantasio, sondern zum Beispiel Zyklotrop, ein großer Gegner von Spiro und Phantasio. Aber jetzt auch in diesem Band der Graf von Rummelsdorf. Bei der Spiro-Redaktion hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass auch Titel gut funktionieren, die im historischen Kontext stehen. Und dass besonders die Titel gut funktioniert haben, wo Spiro gegen Nazis kämpft. Da gab es in der Reihe Spiro Spezial, gab es einige Bände von anderen Kreativteams. Und hier hat man sich jetzt also den Grafen von Rummelsdorf rausgenommen, der so der liebenswerte, verrückte Professor in der Serie ist. Und er ist ja Pilzkundler und setzt die auch immer lustig in den Serien ein. Aber diesmal hat man eine Phase rausgenommen, wo Spiro und Phantasio noch nicht da sind. Zwar sind das auch die 40er in dieser Zeitlinie. Und der Graf von Rummelsdorf ist noch jung. Und Belgien wird besetzt von der Wehrmacht. Und die haben dann beschlossen, sie möchten dann gleich die Villa vom Grafen von Rummelsdorf besetzen und schmeißen ihn dann da raus. Also auch das wird alles gezeigt, wie die Wehrmacht da einfällt und ihn dann rausschmeißt. Es ist ein bisschen sehr cartoonig dargestellt, würde ich sagen. Weil es ja eigentlich schon eine sehr ernste Situation ist. Aber der Ernst kommt dann noch weiter in der Serie. Der Kriegsverlauf wird so ein bisschen geschildert. Und der Graf von Rummelsdorf wird angesprochen und kann dann nach London kommen. Wo er das Rätsel um die Enigma lösen soll. Sagt euch das was? Enigma? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, die Verschlüsselungsmaschine oder Entschlüsselungsmaschine. Genau. Also es gab ja schon in letzter Zeit viele Filme, die sich diesem Thema gewidmet haben. Jeder, der so ein bisschen kryptologisch interessiert ist mit Verschlüsselungstechniken, hat sich auch schon mal damit beschäftigt. Das war halt einfach eine Codierungsmaschine. Man brauchte im Prinzip ein Codewort, mit dem man verschiedene Walzen eingestellt hat. Und so haben sich unendlich viele Möglichkeiten ergeben, Sachen zu kodieren. Was vorher noch nicht ganz so der Fall war. Und es ließ sich aber auch sehr einfach wieder entschlüsseln. Also es war die erste richtige elektronische Dechiffrier- und Codiermaschine in dem Sinne. Und lange Zeit konnte das Deutsche Reich damit sehr gute Erfolge erzielen, weil einfach niemand ihre Funksprüche abhören konnte. Und um das zu knacken, haben die Briten dann in einer Villa in London verschiedene Forscher drangesetzt, um das Ding zu knacken. Der bekannteste ist sicherlich Alan Turing. Und auch auf den wird man in diesem Band oder wird der Graf in diesem Band treffen. Es ist ganz klar so, dass sie auch viele andere Persönlichkeiten der Zeitgeschichte eingebaut haben. Also Churchill kommt drin vor, Hitler kommt drin vor. Die beiden teils in einer lustigen Rolle, teils in nicht so einer lustigen Rolle. Da müsst ihr mal gucken, wie sich das aufdröselt, wenn ihr das lest. Und bei Herr wird noch erklärt, wie das Ganze funktioniert, also die Enigma. Das war mir, ab einem gewissen Punkt war mir das ein bisschen viel, der Erklärung, weil dann kann ich mir auch den Wikipedia-Artikel durchziehen. Also für mich hat das teilweise etwas rausgerissen aus der Geschichte, diese Erklärung von der Enigma. Also liegt vielleicht auch dran, dass ich das Thema schon kannte und dass ich jetzt noch nicht so wahnsinnig drauf gespannt war, das doch nochmal zu lesen. Dafür haben mich aber andere Momente entschädigt, weil der Graf lernt dann auch eine Britin kennen, mit der er sehr gut zurechtkommt. Und auch die ganze Szenerie in dem London, die geschildert wird, ist sehr gut eingefangen. Das mag aber zum großen Teil auch an Etienne liegen. Also Etienne ist der Zeichner und der hat eine andere sehr bekannte Serie gezeichnet, nämlich die 4 von der Baker Street. Falls euch das was sagt. Also so im viktorianischen London, ein paar Jungs und die auf den Spuren von Sherlock Holmes wandeln, so ein bisschen. Und diese ganze Szenerie musste er ja nicht großartig umändern. Also das viktorianische London und das zweite Weltkriegs-London sind jetzt nicht so grundsätzlich andere Szenarien. Deswegen konnte er das sehr gut beschreiben. Und das passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge zu der Serie und zu Spiro im Allgemeinen. Von dem Autoren gespannen, BK, das sind zwei, die muss ich leider ablesen. Das sind Bertrand, Egrèche und Caroline Ruck. Kann man nichts sagen, ist schön geschrieben und es schmiegt sich eigentlich für mich sehr gut auch in so ein Spiro und Phantasiewelt ein, auch wenn die beiden jetzt nicht drin vorkommen. Also für mich würde ich sagen, klare Kaufempfehlungen, auch für diejenigen, die nicht unbedingt große Fans von Pankratius, Hieronymus, Ladislaus, Aberbert, Graf von Rummelsdorf sind, wie der Graf mit vollem Namen heißt. Wäre das was, was ihr lesen würdet? Ich bin ja auch so ein alter Spiro-Leser, wobei ich jetzt auch schon seit vielen Jahren keinen gelesen habe. Aber Spiro war in meinen jungen Jahren, glaube ich, so die erste Reihe, die ich so richtig, die ich verfolgt habe. Also wo ich angefangen habe, nicht nur hier und da mal einen Comic zu lesen, sondern bei Spiro dann wirklich dabei war, alles zu lesen. Damals fiel ich aus der Stadtbücherei und dann, als ich da dann alles gelesen hatte und dann angefangen eben auch die Alben selber zu kaufen. Und das ist so, glaube ich, so mein erster richtiger Comicheld gewesen. Und ich habe dann über die Jahre so ganz vereinzelt mal wieder einen Band gelesen, habe aber jetzt tatsächlich auch vor nicht allzu langer Zeit mir diesen Superpage-Band geholt, der jetzt relativ neu ist, weil ich das wieder ganz spannend fand. Und ich hatte mir auch mal, ich glaube, das mit Spiro gegen die Nazis ging ja, glaube ich, so mit Emil Bravos erstem Band los, irgendwie die Abenteuer des jungen Pagen. Ich kriege den Titel gar nicht mehr ganz genau hin. Habe ich auch da, aber auch immer noch nicht gelesen. Also Spiro ist eine Welt, die mir nahe ist und wo ich eigentlich auch schon lange vorhabe, mal so ein bisschen mehr wieder reinzulesen in die Bände, die ich alle nicht mehr kenne. Also meine große Zeit war dann eben doch so in den 80er Jahren. Also Franquin war damals das, was gerade hauptsächlich neu erschienen ist und danach dann noch, man verzeiht mir wieder die falsche Aussprache, wahrscheinlich Tommé und Jean-Ry Founier. Das waren so die, die ich alle gelesen habe. Und alles, was danach kam, nur ein, zwei Bände vielleicht. Aber ich habe immer mal wieder gehört, dass in den letzten Jahren einige sehr gute Bände rausgekommen sind und ja, ich würde da gerne wieder mehr von lesen. Deswegen finde ich den Band interessant, aber erstmal würde ich wahrscheinlich eher von der Kernserie mal nachholen, als jetzt hier so ein Spin-off Band als nächstes mir vorzunehmen. Und abgesehen jetzt davon, der Superpage ist jetzt auch nicht Kernserie, aber das war ein Konzept, das mich angesprochen hat und ein Design, das mich angesprochen hat. Andi Patrick, wie steht ihr zu Spirou? Andi, bist du mit Spirou aufgewachsen oder ist der dir bisher noch Fan? Ich habe Spirou ja wirklich erst sehr spät überhaupt richtig kennengelernt. Genau wie ich generell sagen muss, das ist ja für mich einfach nur ein weiterer Vertreter der franco-belgischen Comics, zu denen ich quasi keinen Kontakt habe. Also ich habe immer mal irgendwas reingelesen. Natürlich war das nicht hier auch dieses Mauer-Dingsbums, wo sie in den Osten mussten vor kurzem mit dem Flix. Das war da auch irgendwie ein Sonderspecial. Spiel in Berlin. Genau. Da habe ich einfach, weil ich halt eine Lesung oder so moderiert habe, natürlich den Band in der Hand gehabt und da auch angeschaut. Aber der war jetzt überhaupt keinen Zugang zur Figur. Ja und auch alle anderen franco-belgischen noch nicht. Da habe ich mal eine ganz tolle Podcast-Idee im Kopf gehabt, ob man nicht irgendwie so eine Art Podcast macht, wo man quasi gemeinsam die Welt der franco-belgischen Comics entdeckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die da vielleicht Interesse an diesem Comic-Bereich haben, vielleicht nicht unbedingt die klassischen Podcast-Hörer sind oder aber, dass ich denen dann nichts Neues erzählen kann, wenn ich diesen Podcast mache. Aber insofern, keine Ahnung. Also nein, ich habe keinen Blas und Schimmer davon. Ich habe nicht so den Zugang. Kann man eigentlich auch, na klar, Asterix und Obelix kann man da auch zuzählen, sind in franco-belgischen, oder? Ja, unbedingt. Da habe ich zuletzt diesen Kreta-Band gelesen hier, diesen Tochter des, keine Ahnung. Also genau genommen habe ich drei Viertel davon gelesen. Und ich kann da, also das ist Arbeit für mich, sorry. Das ist ja vollkommen okay. Man muss ja nicht zu allem Zugang haben, habe ich ja auch nicht. Aber an sich, die Idee, die du gerade angesprochen hast, finde ich an sich nicht verkehrt. Also wenn du auch Interesse daran hast, dir franco-belgische zu erarbeiten über so einen Podcast, in dem man da mal ein bisschen einführt, warum nicht machen? Also ich glaube schon, dass es da prinzipiell auch eine Hörerschaft für gibt, die sich da bisher nicht mit beschäftigt hat. Und ich glaube, dass viele, in Anführungsstrichen, jüngere Comic-Leser und Podcast-Hörer sich damit bisher nicht beschäftigt haben. Ich bin halt in einer Zeit aufgewachsen und dem Breedstorm ging es da wahrscheinlich ähnlich. Das war halt Comic. Also wenn du Comics gelesen hast, war halt, Carlsen war halt das Ding. Also meine Comic-Sammlung bestand hauptsächlich aus Carlsen-Comics. Und in der Stadtbücherei, wenn Carlsen draufstand, habe ich es gelesen quasi. Und ich habe auch immer häufig das Gefühl, wenn ich mir heutzutage, gerade wenn ich mir so Podcasts anschaue, dass halt sehr, sehr viel über amerikanische Superhelden-Comic gesprochen wird. Und die waren halt in meiner Kindheit nicht so präsent. Die waren auch da, aber hatten nicht die Präsenz, die sie eben heute haben. Und da glaube ich einfach, dass die jüngere Generation natürlich mit anderen Einflüssen aufgewachsen ist und dann halt eher Marvel gelesen hat als Spirou. Und warum soll man das denen nicht auch mal vorstellen, wenn du Interesse hast, so einen Podcast zu machen? Wenn du natürlich schon so sagst, das ist so dermaßen Arbeit für dich, dass du eigentlich keinen Bock hast, dann vielleicht nicht. Aber wenn du selber Lust daran hast, da ein bisschen dich einzuarbeiten, glaube ich schon, dass es da auch Hörer gibt, die das mitverfolgen würden. Das müsste man im Einzelfall echt gucken irgendwie. Also Lucky Luke, diesen Omaschband zum Beispiel, fand ich total geil von Maville, der meines Wissens aber nicht sonderlich exemplarisch steht für die Reihe. Ich kenne auch die Klassiker alle nicht. Ich habe irgendeinen anderen in der Hand gehabt. Es ist halt immer schwierig, franco-belgische Comics daran zu messen, wie deutsche Zeichner sie interpretiert haben. Also diese Sonderbände sind natürlich dann nicht so das, was der franco-belgische Comic ist. Also da würde ich jetzt nicht mit Flix und Marvel um die Ecke kommen. Ja, das sind auf jeden Fall meine Zugänge zu Franco-Belgian gewesen. Danke, dass ihr darüber gesprochen habt. Bei mir war der Zugang auch tatsächlich wie beim anderen Andi. Ich habe das früher in den Bibliotheken gelesen. Also ich habe da als Kind schon mal Berührungspunkte gehabt. Habe es dann eben auch, wie so viele, dann eine Zeit lang aus den Augen verloren, weil es interessieren dann auf einmal erwachsene Comics. Aber dann mit Marvel und ein paar Sonderbänden habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr angefangen, Spirou zu lesen. Und es ist tatsächlich nicht diese typische französische Herangehensweise, aber ich fand das eben super interessant, was da andere Autoren mit einer erwachseneren Interpretation eben dann doch reißen können und was für neue Facetten die denen abgewinnen können. Sowas kannst du dir zum Beispiel bei Asterix nicht vorstellen, weil sie da ihre strenge Hierarchie haben und sagen, das muss immer so und so einheitlich aussehen. Da machen sie höchstens mal alle paar Jahre bei ihren Jubiläumsbänden solche kleineren Experimente. Ja, es ist natürlich eine ganz interessante Entwicklung in den letzten Jahren, dass immer mehr Serien diese Hommage-Bände auch gemacht haben, einfach um ein bisschen mal andere Leute ranzulassen für einzelne Bände, die einen anderen visuellen Stil reinbringen oder eben auch einen anderen erzählerischen Stil. Ich habe das jetzt nicht alles gelesen, aber an sich finde ich das eine ganz interessante Sache. Vor allem ist das auch für unsere deutschen Zeichner dann wirklich ein super Sprungbrett, wenn die sich mal in Amerika oder Frankreich profilieren können und gucken können, wie das auch da ankommt. Und das gibt denen dann auch tatsächlich so einen Boost. Ich kann mich erinnern, dass Flix dadurch auch einen sehr großen Boost durch diesen Humarspann bekommen hat. Das macht halt immer viel Presse erstmal natürlich. Also wenn eine Figur, die in Deutschland auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, zum ersten Mal von einem deutschen Zeichner interpretiert wird, da stürzt sich natürlich die Presse dann auch erstmal drauf. Und das verbreitet das Ganze natürlich auch. Dann wird sowohl die Figur als auch der Zeichner natürlich nochmal präsenter für Leute, die da vorher vielleicht noch keinen Berührungspunkt mit hatten. Ich finde auch, dass Spirou bzw. einer der Nebencharaktere ist halt dann irgendwann tatsächlich deutlich bekannter geworden und hat einen größeren Hype bekommen. Ohne Spirou gäbe es eben auch nicht das Masopilami und da diese anarchistische Herangehensweise hat dem wahrscheinlich dann für mich gesehen die größere Popularität gegeben als Spirou und Fantasio dann in der heutigen Zeit. Ich finde auch, dass, also mir macht es generell Angst, was es da überhaupt an Möglichkeiten noch gibt. Keine Ahnung, man muss ja auch der Vollständigkeit halber eigentlich auf jeden Fall auch noch clever und smart erwähnen, von denen Legere Legende ja auch großer Fan ist. Ja, Spanier. Ja, Spanier, ja. Aber letztlich, also für mich das alles irgendwie, naja. Auf jeden Fall habe ich mega Angst. Ich wüsste nicht, wo ich da einsteige, wo ich da aufhöre. Ich habe von all diesen Bänden jeweils auch teilweise ein oder zwei Bänden da hinten stehen, aber da habe ich mal so reingeblättert, weil ich die auf dem Flohmarkt mitgenommen habe oder so. Ja, also ich habe Angst, wie das halt immer so ist, wenn es da schon 30.000 Ausgaben gibt, irgendwie einen Einstieg zu finden. Was ich zum Beispiel echt cool fand, das hatte ich in der Bibliothek hier, die gerade seit neuestem, ich bin umgezogen, quasi vor meiner Haustür ist, die Schlümpfe. Das ist mega geil. Das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie ansprechend. Johann und Pfiffikus habe ich auch immer gelesen. Aber das Gute bei den, bei den klassischen franco-belgischen Alben ist halt im Vergleich zu den amerikanischen Superhelden, ja, es gibt ja schon davon schon viele, aber du kannst dir irgendeinen rausgreifen und lesen und du hast ein abgeschlossenes Abenteuer im Normalfall. Also du brauchst dich nicht allzu sehr um eine Continuity kümmern. Und, aber klar, man muss den halt auch Lust drauf kriegen. Wenn man reinblättert und keine richtige Lust drauf bekommt, dann ist halt zumindest der Moment jetzt vielleicht einfach noch nicht gekommen. Vielleicht geht es dir in fünf Jahren anders und du liest dann mal ein und sagst, Mensch, jetzt ist es, also mir ist das in meinem Leben schon ganz häufig passiert mit Comics. Comics, die ich schon lange kannte, die ich so aus der Ferne immer gesehen habe und auch mal reingeblättert habe oder so. Aber dann Jahre später ist dann der Moment gekommen, wo es halt irgendwie passt, wo ich das Zeug dann lese und feststelle, ja, jetzt hat es mich gekriegt. Und vor zehn Jahren war halt einfach der Moment noch nicht gekommen. Ich fühle mich einfach doof, wenn ich das nicht gelesen habe. Es ist einfach eine offensichtliche Bildungslücke für einen Comic-Podcaster, der irgendwie so gar keinen Zugang hat. Also noch nicht hat, so viel will ich vielleicht sagen, da hast du recht, vielleicht kommt er ja noch. An sowas glaube ich ja nicht. Aber umso größer wird dann der Erfolg, wenn dich irgendein franko-belgischer Comic total huckt, dann kann man sagen, okay, das ist dann wirklich ein Ausnahmekomic, der auch Leute, die damit keine Berührungspunkte haben, dann fesselt. Und das Schöne heutzutage ist ja, jeder kann sich einen sehr guten und schnellen Zugang verschaffen, weil vieles jetzt gesammelt vorliegt. Also ich habe mir zum Beispiel Spiro und Fantasio, genau wie Tim und Struppi habe ich mir zu einer Phase gekauft, da gab es diese ganzen Sammeleditionen noch nicht, wo du die jetzt einfach so, natürlich auch für einen ordentlichen Preis, aber wo du sie gleich ins Regal stellen kannst. Ich musste mir die so einzeln zusammen kaufen, dann war es mal in dieser Auflage, in jener Auflage. Also das Regal, wo das drinsteht, sieht nicht schön aus. Da bin ich zwar komplett, aber schön ist es nicht. Und jeder, der jetzt damit anfängt, der kann halt sagen, ja, dann habe ich erstmal die ersten, ich weiß gar nicht, was da drin ist, vier, fünf, sechs Bände erstmal komplett da stehen. Natürlich ist so die Einstiegshürde auch relativ hoch. Also es würde wahrscheinlich auch keiner machen und sagen, ich stelle mir jetzt mal einen teuren Sammelband erstmal ins Regal. Andererseits kriegt man das Zeug wahrscheinlich in fast jeder Leihbücherei. Ja. Also ich glaube, das sind so die Alben, die eben gerade Karlsson in den 80er Jahren wahrscheinlich in jeder Stadtbücherei einfach vertreten waren. Also wenn du irgendwie einen Tim und Struppi oder einen Spiru oder einen Blueberry oder was auch immer mal lesen willst, bist du mit einer Stadtbücherei, hast du auf jeden Fall gute Chancen. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, wie beim Manga auch einfach zu sagen, der franko-belgische Comic, es ist halt nicht alles das Gleiche. Also natürlich ist das da, wenn man sich hinstellt und sagt, ich möchte jetzt mal einen franko-belgischen Comic lesen, welchen nehme ich denn? Und dann sagt er, Gott, es gibt davon ja viele. Klar, logisch, da kann ich auch in die Buchhandlung gehen und sagen, ich würde gerne mal einen Roman lesen. Haben Sie sowas? Welchen nehme ich denn? Also klar, man muss dann halt vielleicht schon mal den finden, in einem Genre, für das man sich interessiert. Dann sind die durchaus natürlich auch für unterschiedliche Lesealter, unterschiedliche visuelle Stile. Ja, aber guck mal, was sagt denn franko-belgisch? Das Wort franko-belgisch, das sagt doch eigentlich erst mal nur was über den Ort, wo es produziert wurde oder zumindest die Grundidee herkommt. Ja, sagt das auch in irgendeiner Form was über die, meinetwegen über das Artwork? Nö, erst mal nicht. Man hat natürlich erst mal so ein Bild im Kopf, also weil die bekannten Serien dann eben mit Asterix und Lucky Luke und dann Tim und Struppi, Spirou, so einen gewissen Stil zumindest haben. Einige dieser Comics kommen ja auch aus Zeitschriften und die haben halt auch einen bestimmten Stil gepflegt. Deswegen haben manche Leute vielleicht erst mal einen bestimmten Stil damit im Kopf. Aber ja, ein Blueberry sieht natürlich komplett anders aus als ein Tim und Struppi. Also Giro und Ergé waren nicht die gleichen Zeichne. Also klar, wie du sagst, und das ist bei Manga ja aber auch so. Also Manga heißt ja auch erst mal nur Comic aus Japan, aber in Deutschland haben wir halt, oder viele Leute haben ein bestimmtes Bild davon im Kopf. Wenn du sagst Manga, dann sehen die im Kopf irgendwas. Aber das ist natürlich nur ein eingeschränkter Blick auf die Gattung. Und ich glaube, das ist bei Franco-Belgisch genauso. Und irgendwer würde wahrscheinlich auch sagen, wenn du deutscher Comic sagst, dann haben die auch ein bestimmtes Bild im Kopf. Und das ist aber trotzdem vielseitiger. Wie viele Seiten hat der Band gehabt von dir, Breedstorm? Ich denke mal 48 sind es in der 64 für 12 Euro, 12 Euro. Aber du liest halt schon relativ lang dran. Also es ist nicht so wie eine Superhelden-Geschichte, wo du die Seite nach zwei Sekunden überspringen kannst, weil nur gekämpft wurde oder so. Also es ist schon, man kann auch nicht unterschätzen die kulturellen Einflüsse, die das zum Beispiel in Belgien ja hat. Also wenn du in Brüssel bist oder so, dann hast du wirklich einfach mal eine Häuserwand, wo Spiro und Fantasio drauf sind oder Torpedo oder was auch immer. Also das ist eine ganz andere gesellschaftliche Etabliertheit eigentlich vom Comic dort vor Ort. Also du siehst es am Straßenbild, wenn eine Straßenbahn an dir vorbeifährt und da ist irgendeine franco-belgische Comicfigur drauf. Das ist schon beeindruckend dann. Gut, also irgendwann machen wir mal ein franco-belgisches Special mit Andi. Habe ich Bock drauf. Wir machen jeweils so eine Top 3, die lese ich mir dann durch und dann machen wir da irgendwie so einen Einstieg irgendwie raus. Genau, ich wollte gerade sagen, Greenstorm, Patrick und ich suchen jeweils einen aus, den Andi alle lesen muss und dann besprechen wir die Zeit. Und wer es gibt, die ja nicht in der Bibliothek vor der Haustür, dann wäre ja sauer. Dann musst du mit deiner Bibliothek reden. Alles klar, wunderbar. Dann machen wir doch die Runde weiter. Andi, wenn wir schon von dir reden, stell doch mal deinen ersten Comic vor. Ich möchte euch heute vorstellen Superman. Ja, geil. Superman habe ich digital gelesen auf meinem Tablet, denn auch da, vielen Dank, hatte ich das Leseexemplar digital vor einer halben Ewigkeit bekommen. Da ist es halt so, ich kriege dir einfach zugemeldet vom Pressesprecher und muss dann nicht unbedingt was machen. Aber manchmal, da habe ich Bock drauf und deswegen lag der jetzt hier länger rum. Superman ist von Guion Capedea und wenn ich was in unserem letzten Podcast gelernt habe, dann, dass dieser Comic hier ein Vertreter der Linie Claire ist. Bam. Siehste, ich habe zugehört. Also ich möchte dir das vorstellen, da ist jetzt hier letztlich, also das ist alles sehr saubere Striche. Das ist sehr flächig koloriert, aber trotzdem recht detailverliebt. Und ja, das fällt mir jetzt schwer an, das zu beurteilen. Linie Claire, genau. Worum geht es eigentlich? Superman, wer oder was ist das? Also es hat wirklich nichts mit dem Mann im Stampelanzug zu tun. Hier geht es um einen sehr erfolgreichen Familienvater, der in einer Stadt wohnt und der macht quasi eine Beförderung nach der anderen mit. Ich glaube, der ist für irgendwelche Abschlüsse in seinen Firmen tätig. Was genauer der macht, das wird auch nicht so richtig geklärt. Fakt ist nur, dass er mega erfolgreich ist, aber manchmal hat er so Momente, da ist er irgendwie nicht erreichbar. Da ist er nicht am Telefon, man findet ihn nicht und da ist er plötzlich Mittagspause drei, vier Stunden weg. Und dann wird klar, das ist einfach so ein richtiger Aufreißer-Typ. Der hat parallel zu seiner Frau, die zu Hause ist, die glaube ich nicht Bescheid weiß, hat er eben noch eine Tochter und im Grunde nach läuft das da mit deren Familie auch schon soweit ganz gut. Die Ehe ist gerade wieder dabei, so ein bisschen wieder fester und inniger zu werden. Aber er ist einfach ein richtiger Draufgänger und reißt alles auf, was da unterwegs ist. Also er trinkt Kaffee und kommt ins Gespräch mit einer anderen jungen Mutter, die da ist und irgendwann drei, vier Seiten später landet er mit der im Bett. Irgendwelche Leute, die halt irgendwo kennenlernen, alles Frauen, alles sehr attraktiv. Teilweise wird dann auch das relativ explizit dargestellt, was wir da sehen. Wenn er mit einer Balletttanzerin zum Beispiel rummacht, wie besonders biegsam die jetzt ist. Und das ist erst mal so das Leben. Also Superman steht wahrscheinlich exemplarisch dafür, dass der Typ einfach alles rockt, in allen seinen Lebensbereichen, zumindest im ersten Anschein her, alles richtig macht. Wie gesagt, Erfolg gut, Familie gut. Mit den Frauen kommt er klar. Aber er selber, er kommt mit sich nicht so ganz klar. Denn im Laufe des Comics wird irgendwie deutlich, dass ihm irgendwas fehlt. Es ist irgendwas in ihm drin, was ihn nicht ruhen lässt. Er kriegt Schweißausbrüche. Er ist irgendwie abgelenkt. Er guckt stoisch in irgendeine Richtung und weiß nichts in dem Moment mit sich anzufangen. Das Ganze wird dann durch gewisse Gewaltfantasien, die er sich einbildet, auch noch unterstrichen. Das ist dann auch ein kurzer Wechsel im Artwork. Das ist also teilweise sehr einfach nur skizzenhaft dann plötzlich. Seine so kurzen Gedankengänge. Er stellt sich zum Beispiel vor, wie es wäre, ihm ja Menschen vor die Bahn zu schubsen oder so. Und merkst du, irgendwas ist da nicht ganz klar. Oder er sitzt da konzentriert und bricht den Stift durch, den er in der Hand hat oder so. Irgendwas ist da schräg bei dem. Und das Ganze, gerade so dieses Absurde, dieses vielleicht so ein bisschen Undefinierte, wenn man so will, auch Psychedelische, dass da irgendwie zwischen den Panels rauskommt, das wird dadurch noch unterstrichen, dass es quasi keine wirkliche fortlaufende Geschichte gibt. Es ist schon sehr sprunghaft. Also teilweise sind wir mal in der Kantine, mal im Büro. Dann merkst du, oh, jetzt lächelt sich ihn gerade an. Das ist bestimmt der Moment, wo die gleich in der Kiste sind. Zack, Schnitt, er sitzt neben seiner Ehefrau. Also wirklich so ganz merkwürdige, also interessante, sage ich mal, Erzählstruktur einzelner Daily Episodes oder einfacher eben Alltagssituationen oder eben zumindest Episoden aus seinem Leben. So, und dieses, sage ich mal, es ist schon chronologisch, aber es gibt halt ganz gravierende Lücken zwischen einzelnen Punkten. Wobei man auch sagen muss, das ist jetzt nicht so, dass ich als Leser das Gefühl hätte, da jetzt wahnsinnig was zu verpassen. Denn dadurch, dass nie zu sehr ins Detail gegangen wird, was geht es jetzt gerade bei ihm im Job eigentlich, was ist da jetzt gerade los oder was genau sind jetzt eigentlich gerade die Probleme mit der eigenen Ehefrau, sind es immer nur so wie so ganz kurze Szenen aus dem Alltag, die alle nacheinandergereiht werden und mehr so ein großes Gesamtbild ergeben. Und ein Porträt zeichnet von einem Mann, der interessant ist, der aber scheinbar irgendwie die Kontrolle verliert und sei es nur über sich selbst und dann kommt das Ende und es ist plötzlich vorbei. Das ist bei den digitalen Comics immer so, ich scroll dann das durch, nächste Seite, nächste Seite, nächste Seite, zack, war es vorbei und ich wusste noch, warum ist es vorbei? Hä, ist die Datei kaputt? Nein, der Comic endet dann und da dachte ich mir erst mal, hm, ist das jetzt irgendwie der erste von mehreren Teilen oder so, aber nein, das ist alles Teil der Art und Weise, also der Erzählung. Es bleiben recht relativ viele Fragen offen, aber gerade so mit ein paar Tagen Abstand zum Comic merkst du, okay, das geht einfach darum, hier dieses Porträt, diese Person zu zeigen und eben auch zu zeigen, wie Menschen vielleicht, sagen wir mal, in eine gewisse Form der Depression verfallen, ohne dass Außenstehende das vielleicht unbedingt merken. Ich hatte in meinem kollegialen Umfeld eine Indie-Situation, die Kollegin hatte private Einschläge, beruflich lief es aber super und du merkst den Leuten manchmal nicht an, wie schlecht es denen geht, bis es dann irgendwann zu spät ist und so war das hier dann auch in diesem Porträt. Namen Superman von dem Schweizer, dessen Namen ich grad nicht auswendig weiß. Genau. Und Superman wie der Held Superman geschrieben? Ein N, genau. Ganz genau so. Das Wort Superman taucht im kompletten Comic, glaub ich, auch nicht einmal auf. Wir haben, ich glaub, der Jee, wir sehen, glaub ich, oh Gott, war das hier? Ich glaub, wir sehen mal im Hintergrund eine gezeichnete Comic-Figur oder so, aber eigentlich ist das völlig irrelevant. Superman ist weniger als diese Figur, sondern mehr als generelle Bezeichnung für einen richtigen Typen zu verstehen. Extrem schwer recherchierbar, wenn man Superman-Comics sucht, also wenn man nicht den Namen des Künstlers oder zumindest den Verlag hat, ist es nicht so leicht, sowas dann zu finden. Völlig richtig. Das hab ich im Vorfeld auch gemerkt, dass ich hab auch versucht zu recherchieren. Nix gefunden. Aber man findet das ja dann bei uns in den Shownotes. Genau. Man ist super schnell durch. Das Ding hat auch nur wenige Seiten. Also es liest sich so schnell wie ein Superman-Comic. Also den Stil, das bisschen, was ich jetzt gesehen hab, von dem, was du in die Kamera gehalten hast, fand ich sehr ansprechend, hat mir sehr zugesagt. Mich hat's ein bisschen an Adrian Tomine erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mal was gelesen habt. So einer der amerikanischen, ja, so ein kleiner Star der amerikanischen Indie-Comics, der in den letzten Jahren viel für New Yorker auch Cover gemacht hat und so. Der hat dieses Jahr erst wieder einen neuen Comic auch rausgebracht. Und da gerade so diese flachen Farben und auch so die Farbtöne, die jetzt zumindest auf diesen zwei, drei Seiten da zu sehen waren, haben mich jetzt über die Kamera ein bisschen an Adrian Tomine mit erinnert. Also ich finde, das sieht sehr interessant aus. Also in denen, wenn ich den im Comic-Laden mal in die Finger kriege oder in der Bücherei, da würde ich mal reingucken. Und auch, was du so erzählst, ich mag ja so elliptisches Erzählen, also wenn es gut gemacht ist, also wenn ich nicht das Gefühl habe, komplett verloren zu sein, sondern wenn ich eben das Gefühl habe, okay, mir werden einfach Sachen nicht erzählt, die ich aber auch nicht zwingend brauche und mir da auch was erschließen kann. Das finde ich ja spannend. Und das finde ich gerade bei visuellen Medien dann auch, ja, eine hohe Kunst. Also da finde ich, da macht dann ein visuelles Medium dann auch was richtig. Also in der Auslassung, finde ich, liegt auch gerne mal die Kunst. Ja, da kann ich nichts weiter ergänzen. Es ist wirklich sehr explizit. Also es gibt ja, es sind ständig nackte Menschen, ist auch ein bisschen geil. Naja. Herzlich willkommen zu einem Podcast mit vier Männern. Ständig nackte Menschen, wahrscheinlich. Der Andi spricht übrigens nur für sich. Die Meinungen des Herrn Andi P. sind nicht die Meinungen des Podcasts. Nicht die Meinung des anderen Andi P., schon klar. Aber Patrick, du kannst die Idee mit dem Episodentitel ist übrigens echt gut, die müssen wir mal auf dem Schirm behalten. Ich höre dir ja dann beim Schlitt die Episode teilweise zwei, drei Mal und versuche mir dann immer voll toll irgendwie kurze, knappe, prägnante Episodentitel zu suchen. Also falls uns hier was auffällt oder so, dann notiert euch das mal bitte. Du meinst so, wie viele nackte Menschen man notiert? Ja. Na toll. Schon ein bisschen geil. Wir haben immer auf iTunes direkt als explizit eingestuft und keiner findet mehr. Ich glaube, wir sind explizit. Wir sind explizit. Also, dann können wir ja auf die Kacke hauen. Deine Meinung zum vorgestellten Superman? Ja, müsste ich glaube ich mal näher reinblättern. Also es hat mich jetzt nicht sofort bekommen. Tomine habe ich Sommerblond gelesen seinerzeit. Da habe ich noch Erinnerungen dran. Patrick, spricht es dich an? Oder kennst du es vielleicht sogar? Es spricht mich an, aber ich kenne es auch noch nicht. Ich habe es versucht zu recherchieren, aber mir haben diese paar Punkte, die ich da bekommen habe, also nur das Cover, auch nicht großartig weitergeholfen. Vielleicht finde ich jetzt bei der Recherche dann mehr nach dem Cast. Aber ich fand es interessant. Ich mag auch so leicht psychedelische Sachen. Und wir sind ja jetzt auch alle in einem Alter, wo wir ja quasi der Protagonist sein könnten. Ja. Oder wo man zumindest auch Leute kennt, die dieses Thema, also der Andi hat es ja angesprochen, im Kollegenkreis, es gibt halt manche, die aus meiner Erfahrung, die kompensieren zum Beispiel, wenn sie eine Krankheit haben oder eine sonstige Einschränkung, einfach durch hart arbeiten. Wo ich sagen würde, wenn ich diese Krankheit hätte, die der oder diejenige hat, da würde ich erst mal nicht arbeiten. Da würde ich mal versuchen, mich irgendwie wieder zusammenzusetzen. Aber das ist halt auch eine Bewältigungsstrategie, dann halt sich voll in die Arbeit einzubringen. Weil da kann man sehr gut und wenn man das macht, punkten. Was du bei deiner Gesundheit nicht so einfach hinkriegst. Aber von der Thematik grundsätzlich interessant. Es ist halt die Sache, wenn du die ganze Zeit mit dir alleine zu Hause verbringst, machst du dir noch mehr Gedanken. Das ist dann auch nicht die richtige Herangehensweise. Gut, wir sind jetzt kein Therapie-Podcast. Diese Frage werden wir jetzt nicht lösen können. Mein Kommentar wäre auch höchstens gewesen, ich weiß nicht, was mir passieren muss, dass ich mich mehr in Arbeit stürze. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Das ist bei mir noch nie eine Lösung gewesen. Patrick, mach doch mal weiter mit dem ersten Comic von dir. Okay, ich habe hier den Comic Rocky Beach von Christopher Tauber und Hanna Wenzel. Es ist eine Interpretation der Erwachsenen in drei Fragezeichen. Ich kann gleich dazu sagen, ich habe auch keine großen Berührungspunkte mit den drei Fragezeichen gehabt. Aber ich kenne eben den Christopher Tauber und die Zeichnungen von Hanna Wenzel haben mich direkt angesprochen, dass ich dem Ganzen mal eine Chance gegeben habe. Es geht darum, dass Justus, Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews nach Jahren wieder zurück in ihre Heimat gehen, Rocky Beach. Und irgendwie stellen sie fest, es ist alles nicht mehr ganz so schön, wie es früher war. Die Polizei ist korrumpiert. Die stoßen auch direkt mal auf ein Verbrechen aus Rassenhass. Also es wird am Anfang eine afroamerikanische Person umgebracht und da ermitteln die drei dann und versuchen diesen Fall dann halt irgendwie zu lösen. Man merkt aber recht schnell, es ist jetzt düsterer geworden als in den Kinderjahren. Hat nicht umsonst eine FSK 16. Man sieht verkohlte Leichen. Man sieht ein bisschen mehr explizite Gewalt. Die Charaktere sind schon ab und zu mal auf dem Drink, sind vom Leben ein bisschen gezeichnet. Der Einzige, der irgendwie großartig Erfolg hat, ist Bob Andrews, der mit einer Serie zu den drei Fragezeichen so ein bisschen Fuß in Hollywood gefasst hat. Und da gibt es dann wirklich ein paar herrlich zynische Meta-Kommentare auch zu dem Fankult, zu die drei Fragezeichen. Und es ist halt eine schöne, klassische Crime-Noir-Story, also durch Hannah Wenzels Zeichnungen. Christopher Tauber hat ja schon andere Drei-Frage-Zeichen-Comics vorher gemacht und ich fand es sehr interessant, als dieser Band dann angekündigt wurde, dass er den schreibt. Das aber eine andere Interpretation ist und dass Hannah Wenzel das auch zeichnet. Ich habe Hannah Wenzel vor zwei Jahren beim Comic-Salon kennengelernt, das ist zu viel gesagt, aber ich habe da ihren Comic-November-Nebel gekauft und gelesen und dann auch kurz die Gelegenheit gehabt, mit ihr zu sprechen. Unglaublich sympathische Person und eine Wahnsinns-Zeichnerin. Also da habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie da jetzt einen Band gemacht hat, der auch eine gewisse Aufmerksamkeit kriegt. Klar, Drei-Frage-Zeichen ist auch immer so eine IP, die bekannt ist, die dann auch Presse kriegt und überall besprochen wird und vorgestellt wird. Und Pi wie Tauber ist schon seit langer, langer Zeit natürlich ein sehr, sehr sympathischer Mensch im deutschen Comic, der es auf jeden Fall auch immer verdient hat, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber gerade für Hannah Wenzel habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie da ein Band machen konnte, der, denke ich, auch eine größere Aufmerksamkeit auch auf sie und ihr Artwork gelenkt hat. Also von der möchte ich in den nächsten Jahren noch viel sehen. Also November Nebel, wer den noch nicht gelesen hat, so im Eigenverlag, ich glaube, den kriegt man einfach über ihren eigenen Shop. Ich habe den halt damals auf dem Comicsalon, also sie war da bei Zwerchfell. Die haben ihren Comic da mitverkauft, auch wenn der nicht bei Zwerchfell erschienen ist, aber da habe ich ihn dann geholt. Und der hat mich sehr, 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 sehr begeistert. Wer sich unter dem Artwork was vorstellen möchte, also jetzt bei November Nebel, nicht bei Rocky Beach, Stefan Dinter von Zwerchfell sagte damals zu mir, ist wie Gung Ho nur besser. Ich kann das verstehen. Also mich hat Hannah Wenzel das Zeichenstil in dem Band auch überzeugt. Also wenn ich in Zukunft was von der sehe, werde ich da wahrscheinlich auch reinlesen. Die hat wirklich so den schmalen Grat zwischen Crime Noir und trotzdem schimmert da immer wieder so ein bisschen was an leicht verklärter Nostalgie durch. Also es ist nicht komplett durchtrieben böse, sondern du hast ja auch so ein bisschen manchmal auch weichgezeichnete Rückblenden. Und ich hatte auch keinen großen Kontakt zu den drei Fragezeichen, eher nur über die Christopher Tauber Comics. Also die sind auch für mich so ein bisschen nicht Neuland, aber im Gegensatz zu vielen anderen bin ich damit nicht von großartig geprägt. Aber diese universelle Geschichte über Freunde, die sich wiedersehen, hat für mich auch so ohne diese großen Vorkenntnisse funktioniert. Hannah Wenzel postet relativ viel Zeichnungen, Skizzen etc. auf Twitter. Also wer ihr da mal folgen mag, Adfruchtdrop ist ihr Handel. Und also einfach nur mal, um sich ihre Zeichnungen anzuschauen, lohnt es dir das auf jeden Fall mal, in ihren Twitter-Feed zu gehen. Also halte ich für eine der spannendsten aktuellen Zeichnerinnen im deutschen Comic. Ich hoffe, die kriegt noch viel zu tun. Ich hoffe es auch. Und Christopher Tauber ist eben auch eine Marke. Also der hat auch zusammen mit dem Stefan Dinter damals den Comic Die Toten doch aus der Erde gestampft, diese deutsche Anthologie-Serie über Zombies, die Deutschland überrinnen. Genau. Ja, Stefan und Christopher haben ja damals den Zweifelverlag übernommen, den erstmal zu zweit geführt. Mittlerweile machen sie ihn ja zu dritt. Und ich vergesse immer, wie die Dame, ich verwechsel die Namen immer gerne mal, die jetzt die Dritte im Bunde ist. Man verzeihe mir. Aber ja, also Christopher ist auch so ein grundsympathischer Kerl. Und hat auch, also es zeichnet auch selber sehr, sehr, sehr spannend, hat einen spannenden Stil. Aber es ist natürlich auch spannend, ihn da jetzt mal so rein als Autoren dann an dem Comic auch zu sehen. Und nebenbei dreht er gerade auch gerade wieder oder hat gerade wieder einen neuen Film gedreht auch. Er hat auch mit Ingo Römmling den Comic Survivor Girl gemacht, den ich auch sehr sympathisch fand. Also er hat da so ein Faible für Metal und Horror, dass ich den einfach nur sympathisch finden kann. Ja, ich habe den damals kennengelernt. Er hat bei, also Marvel hatte mir den damals ans Herz gelegt. Ich wollte da mal irgendwie so eine Aktion beim Comicsalon machen mit Musik und Comic. Und da hatte ich Marvel angesprochen, weil wir uns ein bisschen kannten. Also wir hatten vorher schon mal Kontakt miteinander. Und dann, der hatte da gerade mit Piwi irgendwas gemacht. Und der hatte dann gesagt, ich soll den doch auch nochmal kontaktieren. Und so hatte ich dann mit dem auch Kontakt. Das muss irgendwann 2002, 2002 oder sowas wahrscheinlich gewesen sein, glaube ich. oder ein bisschen später. Und da hat er bei E. Harper gerade Interview Pop rausgebracht gehabt. Ein Band mit Musikerinterviews als Comic interpretiert. Also der hat auch schon immer wirklich so eine Musik- und Comicverbindung auch gehabt. Und dann ja dieses Heavy-Metal-Ausmalbuch, Pumuckl-Metal-Ausmalbuch und so. True-Muckel. Ja, genau. Das ist sowas, ja. Ja, und dann eben mit Stefan Dinter, genau nachdem sie dann Zweifel übernommen haben, dann auch die Toten da gemeinsam konzipiert. Oder den Film Hessens schönste Bahnstrecke. So geil, oder? So geil. Also ich muss sagen ... Ich habe ihn kennenlernen dürfen auf der Frankfurter Buchmesse, denn der wohnt hier, glaube ich. Der ist ja Frankfurter. Und dem kann man schon mal vorbeilaufen. Der hat auch so Kino-Specials gemacht. Da gibt es hier das Harmonie-Kino in Sachsenhausen. Das ist so ein Arthouse-Genre-Kino. Und dort hat er irgendein Kino-Event gemacht, wo er irgendeinen Indie-Film irgendwo hergezaubert hatte. Und sogar, glaube ich, Regisseur und Produzent oder so am Start hatte. Also der ist nicht nur absoluter Comic-Fan, der ist auch durch und durch Film-Nerd. Da gibt es auch immer wieder mal so eine Reihe, die er irgendwie mitveranstaltet für Horrorfilme, glaube ich, hauptsächlich. Wo unterschiedliche deutsche Comic-Künstler dann auch mal so extra Plakate für gestalten. Also halt so ein Alternative-Poster quasi, speziell für die Veranstaltung zu dem Film, der dann eben gerade gezeigt wird. Die sehen auch mal sehr, sehr gut aus. Von Wollzogen hat dann was zu Eraserhead gezeichnet. Daran kann ich mich noch erinnern. Und er hat, bis die Pandemie kam, regelmäßig im Harmonie-Kino immer wieder mal so kleine Features aufgeführt, wo dann auch die Regisseure teilweise dabei waren. Also der mag Filme sehr. Ist halt jetzt auch durch die Pandemie da leider ein bisschen behindert. Aber ich hoffe, dass das bald wird und dass er sich da wieder schön mit anderen Künstlern austoben kann. Und wenn wir schon bei einer Lobhudelei auf die Familie Tauber sind, muss ich seine Schwestern noch miterwähnen. Wenn ihr die Schwester Tauber nicht kennt, unter ihrem Künstlernamen Press Lisa, also wie Presley und Lisa, Press Lisa, spielt auf der Ukulele Elvis-Presley-Songs, aber nur Elvis-Presley-Songs aus Elvis-Presley-Filmen. Also nicht von seinen regulären Platten, sondern nur die aus Filmen. Ich habe die sehen dürfen. Zwerchfell hat damals das 20-jährige Bestehen auf dem Comics-Holang Erlangen gefeiert im Manhattan-Kino. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch im Manhattan-Kino gearbeitet. Und Teil der Feier war auch der Auftritt von Press Lisa. Damals wusste ich noch nicht, dass sie Christopher Taubers Schwester ist. Das habe ich jetzt erst in den letzten paar Jahren irgendwie mit rausgefunden. Großartig. Also auch grundsympathische Person. Ein sehr, sehr witziges Programm. Also nach Press Lisa kann man auch mal recherchieren. Kleine Abschweifungen. Andi, willst du was zu den drei Fragezeichen sagen? Ja, ich habe zwei Punkte jetzt hier im Kopf. Die erste ist eigentlich typisch für mich. Muss man eigentlich irgendwas von den drei Fragezeichen kennen, um den Comic genießen zu können? Nö. Also ich habe ja auch nur diese Tauber-Comics dazu gelesen. Ich denke, der Spaßfaktor wird ein bisschen erhöht, wenn man sich zumindest ein bisschen damit auskennt. Aber da kann ich dir auch einen Band leihen, dass du da notfalls diese kleinen Basics hast. Man braucht auch da nicht großartig was zu kennen, weil die Konstellation schon allein durch das Alter eigentlich eine andere ist. Ist das jetzt ein Angebot an alle Hörer, dass du ihnen ein Band ausleihst, wenn sie... Nein, an Andi natürlich. Ja, Patrick und ich machen aufgrund der Nähe immer so gegenseitig. Also eigentlich kriege ich von ihm Dinge und dann gebe ich ihn irgendwann zurück. Genau. Also ich muss sagen, ich freue mich richtig darauf, weil ich relativ viel Drei-Frage-Zeichen gehört habe. Mein Hauptding war ja Jan Tenner, was ich gesammelt habe. Aber ein Kumpel von mir und dessen Bruder, die hatten nahezu alles von Drei-Frage-Zeichen. Und der hat auch im Anschluss die ganzen Neuen, die dann gekommen sind, nach den klassischen, die hatte sich auch alle geholt. Und da habe ich eigentlich richtig Bock drauf, weil das immer so ein Konzept war, wo ich mich gefragt habe, warum macht das keiner? Weil die sich in der Serie von Kindern vor dem Stimmbruch bis zu Leuten, die älter sind als wir jetzt gerade, entwickelt haben. Aber in der Serie gibt es relativ wenig Weiterentwicklung. Also die kommen später nicht mehr mit dem Fahrrad irgendwo hin, sondern mit ihren ersten Autos. Aber die sind dann so, ja, was weiß ich, 18, 19, so in dem Dreh, werden die maximal in der Serie gehandelt. Und ich habe mich immer gefragt, wie könnte es mit denen weiter übernehmen? Übernimmt Justus den Schrottplatz. Geht Bob zur Zeitung, wie sein Vater wird, oder was auch immer. Und da bin ich richtig gespannt. Und ich glaube, dass man das, wie du es schon angedeutet hast, dann richtig genießen kann, wenn er halt Anspielungen auf Dinge bringt, die passiert sein könnten in der Serie. Wenn im Hintergrund irgendwelche Dinge liegen, die du wiedererkennst. Wenn da, was weiß ich, der Super-Paper-Guy irgendwo rumsitzt. Wenn da der Wecker irgendwo rumsteht oder sowas. Also alles Sachen, die in der Serie irgendwo statt, da habe ich richtig Bock drauf. Leider habe ich ihn mir noch nicht gekauft, weil ich dachte, vielleicht kommt ja doch noch irgendwann mal eine Signieraktion, weil das hätte ich echt gerne signiert. Und also da habe ich viel, viel Vorfreude drauf. Wirklich, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich finde es auch gut, dass es jemand anderes gezeichnet hat. Weil in diesen, in den anderen drei Fragezeichen-Comics ist es ja so, da sind sie sehr jung gezeichnet. Und wenn er da den Stil irgendwie beibehalten hätte, weiß ich nicht, ob ich das so verarbeitet hätte. So, wo du aber einen klassischen Cut hast dazwischen. Also die sind ja dann älter, als man die sich jemals vorgestellt hat. Genau. Kann ich mich sehr gut damit abfinden. Und da habe ich richtig Bock drauf auf das Ding. Was war denn die zweite Frage? Wir sind nach der ersten reingegrätscht. Danke. Sehr aufmerksam von dir, Patrick. Profi. Ja, die bezieht sich vor allem, und das ist immer so, weil ich ja gleich wissen will, wo kommt der Scheiß her, wer macht das, wer veröffentlicht das. Das Ding erscheint beim Kosmos Verlag. Und Kosmos Verlag, die habe ich mehr so für Schulbücher und Sachbücher im Kopf. Sind euch die als Comic-Verlag auch schon mal aufgefallen? Die machen halt drei Fragezeichen-Zeug. Genau. Und die machen jetzt mittlerweile anscheinend auch so ein bisschen Spiele, also so Brettspiele und sowas. Also die haben ihr Sortiment schon ein bisschen erweitert. Und eben auch so ein paar Comics. Genau, also Kosmos macht zum Beispiel auch ein Drei-Frage-Zeichen-Adventskalender oder so. Also die haben da irgendwie offensichtlich eine Lizenz mit dran an Drei-Frage-Zeichen. Und ja, bringen da eben auch die Comic-Adaption mit raus. Ja, finde ich spannend. Also das hat mich jetzt einfach nur so ein bisschen überrascht, weil zu denen hätte ich noch so gar keine Comic-Verbindung gezogen. Aber vielleicht gibt es die ja. Also offensichtlich gibt es die. Ich weiß gar nicht, bringen die auch die Romane raus? Also die Drei-Frage-Zeichen-Romane? Ja, ich bin hier gerade auf deren Seite. Also ich glaube, dass eher da der Zugang her ist, dass die halt die Lizenz an den Figuren in Deutschland irgendwie halten und deswegen halt auch die Comic-Adaption rausbringen. Aber nicht, dass sie jetzt explizit Comics rausbringen. Vielleicht haben sie auch die Richter in Hörspielen. Ja gut, die kommen in Europa raus. Ich glaube, aus Kosmos ist, glaube ich, noch nicht in den Hörspielmarkt eingestiegen. Also ich kenne ja hauptsächlich so Brettspiel und Co. Diese ganzen Escape-Exit-Room-Spiele sind in den letzten Jahren extrem erfolgreich. Gerade die von Kosmos auch. Da habe ich auch schon einige gespielt. Ja, naja. Gut. Was nicht unerwähnt bleiben soll kurz, ist, dass ein gewisser Tabubruch schon vonstattengegangen ist, wenn eine Leiche auftaucht. Weil Drei-Frage-Zeichen ist, obwohl es immer Krimi ist, niemals mit einer Leiche verbunden gewesen. Und das ist jetzt schon dann ein Schritt, um es härter zu machen. In Rocky Beach geht es bergab. Jetzt driften sie ab. Gut, ich mache mal weiter. Auch was noiriges, dunkles. Frank Schmolke, Nachts im Paradies, erschienen bei der Edition Moderne letztes Jahr, 2019. Also auch ein Comic, der letztes Jahr stark besprochen wurde. Wie unter anderem auch unser lieber Herr Telestammtisch Andi in einer kürzlich veröffentlichten Folge darauf hinwies. Er hat ein Gespräch mit Frank Schmolke geführt. Ein sehr anhörenswertes Gespräch. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob die eine bestimmte Episodenzahl hat. Aber wenn ihr mal so bei September, Oktober 2020 schaut, dann findet ihr die Folge vom Telestammtisch, wo die Hälfte der Folge ein Gespräch mit Frank Schmolke ist, hauptsächlich zu seinem neuen Comic, den ich nicht gelesen habe. Aber wo es halt auch doch an einigen Abschnitten auch um den Comic vom letzten Jahr geht. Es ist ein Comic, der, wie ich glaube ich schon bei anderen Comics auch gesagt habe, der mir letztes Jahr irgendwie so über die Berichterstattung aufgefallen ist. Aber dadurch, dass ich unterwegs war, ihn letztes Jahr noch nicht gelesen habe. und jetzt mal wieder aus der Stattbücherei ausgeliehen habe. Und ich muss den Lobhudeleien, die der Comic bekommen hat, zustimmen einfach nur. Es geht um einen Mann, der in München Taxi fährt. Und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Wie so viele Taxifahrer-Geschichten. Ein Mensch, der eigentlich mit seinem Leben was anderes vorhat, aber um Geld zu verdienen, dann eben mit dem Taxifahren angefangen hat. und irgendwie da kleben geblieben ist und da nie so richtig den Arsch hochgekriegt hat und da rausgekommen ist. Explizit spielt die Geschichte zur Zeit des Oktoberfests, was in München natürlich so Großkampfzeit ist. Sowohl für die Oktoberfestler und dann natürlich auch für die Taxifahrer, die sich mit den Oktoberfestbesuchern dann irgendwie rumschlagen müssen. Man kann sehr, sehr viel Geld verdienen in der Zeit, wenn man viel fahren kann. Aber muss sich natürlich auch mit vielen Betrunkenen und anderen Gesellen rumschlagen. Und das basiert alles auch auf Erfahrungen, die Frank Schmolke selber gemacht hat. Er hat ja, ich glaube, so wie 30 Jahre oder so in München Taxi gefahren. Er wohnt mittlerweile ein bisschen außerhalb von München mit seiner Familie. Aber aus diesem Erfahrungsschatz schöpft er also bei der Beschreibung dieses Taxifahrerlebens und den Anekdoten auch mit den Fahrgästen. Es geht aber darum, dann wirklich um den Protagonisten und um sein Leben und wie er da so ein bisschen auch drin versumpft ist in dieser Taxifahrerei und wie er aber auch versucht, da dann auch wieder wegzukommen. Er hat eine Teenager-Tochter. Er ist mit der Mutter nicht mehr zusammen und versucht, sich da auch so in seiner Vaterrolle irgendwie zurechtzufinden. Der Tochter passiert dann auch ein, wie soll man sagen, ein unglückliches Event, um es mal etwas komisch auszudrücken. Die wird von anderen Männern verfolgt. Und der Vater muss dann so zur Hilfe kommen. Der Vater, der sich in der Zwischenzeit auch so ein bisschen im halbseidenen Milieu bewegt. Während des Oktoberfestes wird er da als Fahrer gebucht von Leuten, die eben auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich so einen Schritt neben der Legalität arbeiten. Also er ist gleichzeitig selbst gefangen in so einer komischen Geschichte mit kleinen Gangstern und dann aber auch noch die Geschichte mit seiner Tochter, die verfolgt wird. Und das berüttelt ihn alles auch so ein bisschen auf. Ich finde es einen wirklich sehr, sehr starken Comic. Er ist komplett in schwarz-weiß gehalten. Er ist ein sehr, ein rauer Strich, möchte ich sagen. Dass der das Milieu und die Aktionen auch sehr, sehr gut wiedergibt. Also gerade die Szenen, wenn dann die Tochter verfolgt wird von so einer Gruppe jugendlicher Männer, die dann in diesem Moment, wo sie zu den Raubtieren werden, quasi auch tatsächlich als Wölfe dargestellt werden. Und ich hatte das Gefühl, dass der Strich da dann auch noch wilder wird in diesen Verfolgungssequenzen. Alles noch ein bisschen rauer und roher. Und da wird so richtig im Schwarz-Weiß so die Stimmung mitgegeben. Es kommt beim Leser extrem gut an, was gerade die Stunde geschlagen hat. Also ich war sehr, sehr angetan von den Zeichnungen und auch vom Erzählen von den Charakterisierungen der Figuren. Also die Lobpreisungen, wie gesagt, die der Comic bekommen hat, kann ich einfach nur so auch wiedergeben. Es ist ein starkes Erzählstück. Also das Erste, was ich von Frank Schmolke und das Einzige bisher, was ich von ihm gelesen habe. Aber ich wäre sehr interessiert, andere Bände von ihm auch anzuschauen. Und wie gesagt, der hat jetzt gerade den Comic Freaks rausgebracht, der eine Adaption, eine Comic-Adaption des Drehbuches ist, des Filmes, der vor kurzem auf Netflix erschienen ist. Das fand ich sehr interessant, was er da erzählt hat. Aber vielleicht kann der Andi da auch selber noch was dazu sagen. Und Andi, du hast ja auf jeden Fall auch Nachts im Paradies gelesen, wie ich weiß. Wie fandest du denn den Comic? Du hast ihn, glaube ich, letztes Jahr schon gelesen. Genau, kann ich mir vor allem ganz anschließen. Das war im Nachgang zum Comic-Festival München. Habe ich den dann plötzlich in meinem Briefkasten gehabt. Und der ist ja auch ganz toll gemacht. Klar, das ist irgendwie nur ein Softcover. Aber der hat von draußen so diesen Aufdruck. Der ist so glänzend und ein bisschen erhaben und so. Und das fühlt sich total toll an. Und das wusste der Frank Schmolke auch nicht, wie toll der verarbeitet ist. Der war so ganz positiv überrascht. Das ist quasi seitdem da bei Edition Moderne dieser Übergang war. Der David Basler ist ja nicht mehr der Chef des Verlages, sondern eben zwei neue, die sich da reinteilen. Und er ist ja wirklich total angetan. Auch von dem frischen Wind, die die mit in den Verlag bringen. Und eben auch insbesondere davon, wie hier dieser Comic quasi gestaltet ist. Wie das Layout geworden ist. Und ja, das ist übrigens ein Comic. Den habe ich meiner Mutter gegeben. Und die fand ihn gut. Und das dürfte der erste Comic sein, vor allem der Größenordnung, den sie am Stück gelesen hat und gut fand. Vielleicht ist das schon Prädikat genug. Müttertauglich. Müttertauglich. Sollte direkt draufstehen. Ist halt wirklich sehr rough und roh, könnte man sagen, gezeichnet. Aber das ist nicht, das ist keine hingeschluderte Skizze oder so. Das ist einfach ein total geiles, raues Artwork, das sehr konsistent auch ist und damit wirklich sehr, ja, dieses, ja, ich müsste das Wort rau wieder benutzen, das rauhe Alltägliche im Umfeld dieses Protagonisten wiedergibt. Das fand ich total toll. Die Energie wird halt wirklich transportiert im Strich. Dankeschön. Ist genau in der Form übrigens auch wieder, also genau in der Form, auch wieder bei Freaks der Fall. Das, glaube ich, in einem ähnlichen Format daherkommt. Und kann mich zu dem, was du sagst, nur anschließen. Ist ein sehr interessanter Charakter. Also danke auch für den Hinweis auf das Interview. Das ist wirklich ganz toll geworden. Ich habe da viel mitbekommen, auch wie das jetzt aktuell bei ihm ist. Und ich glaube, er hat jetzt, glaube ich, gerade mal so ein bisschen Urlaub, weil er sehr viel in kurzer Zeit machen musste. Patrick, kennst du den Comic? Leider nicht, aber es spricht mich von der Aufmachung her schon total an und vom Inhalt. Breedstorm, wie schaut es bei dir aus? Nee, ich habe auch nur das Interview gehört. Ich finde es aber gut, dass er da tatsächlich über was zeichnet, was er selber halt auch anteilig so erlebt hat, als Taxifahrer halt beim Oktoberfest, dass er da wirklich aus erster Hand berichten kann. Sowas mag ich immer sehr. Ja, also die Authentizität fließt da quasi aus jeder Seite. Also ich bin jetzt, keiner von uns lebt in München, aber also ich war auf jeden Fall schon in München. Ich denke, ihr auch. Also zumindest zum Comic-Festival, vielleicht auch bei anderer Gelegenheit schon mal. Also es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr authentisch, sowohl in der Darstellung der Stadt als auch in der Darstellung der Anekdoten des Taxifahrerlebens. Aber dann ist da eben auch noch so diese, ja, es ist ja schon fast eine Kriminalstudie und aber auch eine Charakterstudie. Also wirklich ein großer Band. Ich hoffe, der hat sich gut verkauft, nicht nur an Bibliotheken. Es gab zwei Auflagen. Das ist für einen Comic aus Deutschland nicht so selbstverständlich. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie hoch die Auflagen bei die zur Moderne so sind in der ersten Auflage, aber ist auf jeden Fall schon mal, ja, stimmt, ein gutes Kennzeichen, dass die erste Auflage sich ausverkauft hat und auch der Band auch nachgedruckt wurde. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so einer ist, der sich auch über die Jahre immer wieder verkauft, dass das so einer ist, der halt einfach im Programm bleibt. Ja, Britta? Ich wünsche mir, dass auf der dritten Auflage draufsteht Approved by Andis Mutter. Also das werden wir der Edition Moderne mal nahe legen. Sagen wir hier, schreibt es da mal drauf. Oder wir drucken einfach selber Aufkleber und bappen das dann immer so heimlich. Das ist eigentlich eine geile Marketing-Idee. Wir haben sowas früher in der Buchhandlung tatsächlich gemacht, jetzt nicht mit Aufklebern auf Bücher geklebt oder so, aber wir haben bei uns, das war glaube ich damals im Hugendubbel in Nürnberg, als es den noch gab und da hatten die teilweise so von den Mitarbeitern so Karten in Bücher reingelegt, wo die Mitarbeiter halt so eine Kurzkritik draufgeschrieben haben und diese Karten waren beidseitig bedruckt, also die waren handbeschrieben, aber von beiden Seiten hatten die so das gleiche Design, wo man es reinschreiben konnte und dann sind wir halt in die Buchhandlung und haben uns so Dinger irgendwo rausgezogen und haben dann unseren eigenen Text draufgeschrieben und das dann in Bücher gesteckt, die wir empfehlen wollten. So ein bisschen Buchhandelsgerier betrieben oder auch so, es gab in einer Buchhandlung gab es auch so ein Regal eben so mit Mitarbeitervorschlägen, da haben wir dann auch einfach die Bücher reingestellt, von denen wir glaubten, dass die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Naja. Also was ähnliches, was wir hier gerade machen. Wir stellen Comics vor, von denen wir denken, ja, die haben mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja, allerdings zecken wir uns nicht in den Kanal von wem anders rein. Ja, manchmal schon, ne? Also, Breedstorm, dann mach doch du mal weiter mit deinem zweiten Comic. Okay, das ist Im Schatten des Krieges von Sarah Glidden mit dem Untertitel Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei. Sarah Glidden hatte ich zuerst gelesen, Israel verstehen in 60 Tagen oder weniger, wo sie auf dem Angebot des israelischen Staates zurückkommt, dass du, wenn du jüdische Wurzeln hast, kannst du dir in so einem Heritage-Programm, kannst du dir das Land angucken. Und wirst rumgeführt, die zeigen dir alles, da ist das und das passiert, Masala, was weiß ich, ne? Also, diese ganzen, diese ganzen Städten werden denen gezeigt, um ihnen ihre Wurzeln so ein bisschen nahe zu bringen und sie hat das Ganze dann bebildert und seinerzeit in eine Reportage eigentlich reingebracht, was ich sehr interessant fand, weil sie da schon, ja, doch auch recht kritisch umgegangen ist mit verschiedenen Themenbereichen, mit Begegnungen. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass ich mir auch den nächsten Band von ihr geholt habe, in dem sie von einer Reise erzählt, die sie mit bekannten Journalisten, aber auch mit deren Freund, der ein Soldat im Irak-Krieg gewesen ist, macht und dann halt wirklich in Syrien, in Irak und die Türkei oder genauer gesagt in den kurdischen Teil der Türkei sich begibt und sich anfängt mit Leuten zu unterhalten und sich, ja, anguckt, was machen ihre Journalisten-Kollegen, wen interviewen die, aber auch eigene Gespräche führt und, ja, marketingtechnisch haben sie hinten drauf geschrieben, ein Comic, der uns hilft, die Flüchtlingskrise besser zu verstehen. Dazu muss man natürlich sagen, das ist von 2016 dieser Comic, ja, also zeitlich ist das Ganze angesiedelt, davor, ich glaube, sie waren 2010 waren sie da und haben sich diese Städten angeguckt, wo Syrien halt noch nicht in Schutt und Asche war, vor dem islamischen Staat und im Dash quasi und trotzdem, ich habe dann erst überlegt, lohnt sich das jetzt noch, das irgendwie vorzustellen, weil sich die Welt dann doch immens weitergedreht hat in der Zwischenzeit halt, ne, aber ich muss sagen, ja, es hat sich gelohnt, weil sie sehr viele Gespräche mit, mit den, den Einheimischen geführt haben, über die Wurzeln der Konflikte, die damals schon da waren, ne, also es wird ja immer viel drüber geredet, was sind jetzt die, die Wurzeln von der Flüchtlingskrise, warum hat derjenige mit wem anders Krieg begonnen und so weiter und so fort und das wird hier so ein bisschen beleuchtet, indem sie einfach verschiedene Perspektiven einfach beleuchtet, zum Beispiel mit den Kurden, ja, wie werden die Kurden in den Ländern, wo sie, also es gibt hier keinen kurdischen Staat, sondern nach dem Ersten Weltkrieg wurden mehr oder weniger willkürlich Linien auf die Karte gezogen, deswegen haben diese Länder auch solche wunderbaren, klaren Grenzen, ja, die einfach nur ein Strich sind auf der Karte und da wird das Ganze so ein bisschen beleuchtet, warum die Kurden zum Beispiel keinen eigenen Staat haben oder wie zum Beispiel auch mit, mit den Kurden von unterschiedlichen Regierungen umgegangen wurde, ja, also zum Beispiel Saddam Hussein, der hatte zum Beispiel hatte so eine Art Friedensgespräch offensichtlich mit den Kurden mal anberaumt, hatte auch ein paar Geistliche hingeschickt und die hat er dann verdrahtet und hat ihnen gesagt, hier, hört mal bitte diese Gespräche mit diesen wunderbaren Tonbandgeräten, die ich euch unter den Mantel geschoben habe, ab. Was dann aber passiert ist, dass er diese Tonbandgeräte, die keine waren, sondern Bomben in die Luft gesprengt hat in dem Gespräch, also das sind halt einfach Dinge, die man sich hier nicht so nachvollziehen kann und es ist auch eine Geschichte von, ja, von sehr vielen Jahrhunderte oder teilweise Jahrtausende alten Konflikten, die da beraten wird. Sie stellt das Ganze in Gesprächen heraus mit ganz unterschiedlichen Leuten, manchmal ist sie es, sie ist so eine Art Flüchtlingscamp damals schon, also Syrien hatte ja auch sehr viele Flüchtlinge aus dem Irak zum Beispiel aufgenommen seiner Zeit in so einem Camp ist sie zum Beispiel und auch im Irak spricht sie halt mit Leuten, die halt den Krieg mitgemacht haben und da ergibt sich natürlich auch noch ein recht interessanter Spin mit dem Soldaten, der dabei ist, also der selber im Irakkrieg dabei war, dessen Konvoi zum Beispiel auch mal angegriffen wurde und sie stellt sich auch so die Frage, ja, mit Thema Weltpolizei USA, war das jetzt sinnvoll, diesen Krieg mit dem Irak zu beginnen oder war es nicht sinnvoll? Und das, diese Messlatte legt sie dann so ein bisschen auch an dem G.I., der dabei ist oder an dem Ex-G.I., der auch dasselbe Alter hat, wie alle anderen auch so ungefähr, bemisst sie dann da dran und das ist auch sehr interessant, also sie, sie beurteilt es nicht, aber sie beobachtet schon sein Verhalten zu den Leuten, die da sind, wie möchte er gesehen werden von zum Beispiel dem typischen Iraker Bürger, hat er den befreit oder sagt der Bürger, ja, warum habt ihr eigentlich unser Land komplett bombardiert, hätte es nicht gereicht, Saddam rauszuziehen oder so. Und, ja, also es ist natürlich nach wie vor immer nur ein kleiner Einblick in diesen Konflikt, der da in dieser Region herrscht, mit allen Beteiligten, also das, wie gesagt, Jahrtausende alte Feindschaften werden immer noch ausgetragen, aber es ist trotzdem ein großer, ein großer Hinweis, das Ganze doch ein bisschen besser zu verstehen, wie manche Sachen so gekommen sind. Man muss sich natürlich für Politik interessieren, das ist ganz klar, also man muss ein Faible dafür haben, sonst wird man wahrscheinlich gelangweilt sein, wenn einen das überhaupt nicht interessiert und man muss auch ganz klar sehen, dass, ja, also Sarah Glidden, ihre Erzählweise mag ich, aber sie ist jetzt keine glorreiche Zeichnerin, also sie will das ja auch gar nicht, also es ist im Prinzip eher eine Reportage, wo sie die Gespräche nachstellt, wie die Leute sich zu gewissen Sachen verhalten haben, wo sie unheimlich viel über Gesichtsausdrücke und Gesten und ähnliches macht, aber es ist jetzt natürlich kein, keine Actiongeschichte oder sonst irgendwas, es ist wirklich eine Reportage, wie wir uns vielleicht von, ja, von, von Joe Seco kennt, Guy Delisle, ähnliche Leute, die in diesen Medier sind und für das, was es sein will, gefällt es mir richtig gut. Ein großer Vorteil von dem Band ist, man kriegt den jetzt auch gebraucht, der war ursprünglich 29 Euro und wenn du den jetzt, sag ich mal, auf gängigen Gebrauchtportalen schießt, kann man den wirklich für den schmalen Thaler mal lesen und, ähm, ja, sich so ein bisschen informieren über diese Thematik, wenn man das möchte. Das klingt für mich jetzt erst mal so ein bisschen auch wie diese Umsetzung von Waltz with Bash hier, also auch in ähnlicher Richtung mit den Interviews und allem. So in, so in der Richtung ist es, ja. Also dieses Medier bedient es ganz klar, wie gesagt, die Zeichnungen sind, sind eher so sehr strukturiert und, und reduziert, ähm, sehr viele Talking Heads würde man sagen, ja, aber das, es beschreibt diese, diese Stimmung, die, diese Reise hatte, auch gerade in dem Umgang mit dem GI, der dabei ist, der befreundet war, wo sich die Freunde Gedanken drüber machen, ja, warum, warum ist der eigentlich Soldat geworden? Also der hatte niemals den Ansatz und warum ist er jetzt so stolz drauf, was er geleistet hat und ein Großteil der Bevölkerung in den USA hat es ja auch, hat es ja auch kritisch gesehen oder, oder ein Teil der Bevölkerung, was, was im Irak passiert ist, ob das sinnvoll ist, dort Krieg zu führen oder nicht und sie findet da keine Antworten, logischerweise, da kann man auch meiner Meinung nach schlecht antworten, weil es eine Frage der Perspektive ist, aber trotzdem ist es sehr gut dargestellt und es regt auch sehr zum, zum selber recherchieren und nachdenken an, was ich bei sowas immer sehr gut finde. Andi, du willst was sagen? Ja, wenn du sagst, das ist eine Reportage, also wir sehen dann ja sie in gezeichneter Form, sie zeichnet sich selbst, wie sie Leute interviewt, ist das, gibt es trotzdem irgendwie einen roten Faden, ist das irgendwie so, dass da irgendeine Art, ich will es nicht Abenteuer nennen, aber irgendwas miterlebe oder sind es einfach nur ganz viele Interviews quasi? Ja, der rote Faden ist halt die Reise, die sie machen, die unterschiedlichen Perspektiven und auch, dass ihre Bekannten dort eben diese Filmreportage machen, also die interviewen die Leute richtig, sage ich mal, mit einer Kamera und die haben das auch auf eine bestimmte Homepage seinerzeit gestellt, wo sie einfach so Schnipsel aus dieser Welt damals veröffentlicht, ist leider nicht mehr alles zu finden, sonst hätte ich sehr gerne mal nachgeguckt, was da drauf war, weil gerade auch so die Verhaltensweisen von verschiedenen Interviewpartner, die verändern sich ja dann auch, wenn die sehen, in welche Richtung ein Gespräch geht oder sowas, dass sie dann zum Beispiel nichts mehr dazu sagen wollen oder Angst bekommen, dass sie irgendwie staatlich verfolgt werden könnten für das, was sie jetzt gerade sagen oder sowas, weil mit freiem Meinungsäußerung ist es ja in der Region nicht gut bestellt halt, also in der Gegend, wo du ja einfach, weil du zum anderen Bevölkerungsgruppe gehörst, mit Giftgas bombardiert werden kannst, so eine Angst wirkt halt auch nach oder wo, sie fahren auch an Gefängnissen zum Beispiel, an ehemaligen Gefängnissen vorbei, wo die Leute jetzt halt eingezogen sind und da drin wohnen, weil sie gesagt haben, das ist jetzt die einzige Möglichkeit für uns irgendwie zu wohnen in einem ehemaligen Gefängnis, wo Leute von uns gefoltert wurden. Also schon gibt halt Einblicke in eine Welt, in die wir sehr wenig Einblicke haben und durch den islamischen Staat ist ja dann noch alles viel, viel schlimmer geworden in der Zeit, also da ist ja nochmal komplett auf Null gedreht, also es gibt auch Leute, die sagen, ja, also so schlimm fanden wir es Saddam jetzt nicht, der hat wenigstens die Leute davon abgehalten, langfristig sich gegenseitig umzubringen, abgesehen jetzt von verschiedenen Gruppen, die ihm nicht gefallen haben und das war dann im islamischen Staat zum Beispiel nicht so und solche Interviewpartner, verschiedene Perspektiven hast du halt alle hier drin versammelt und auch immer wieder der Gedanke, was ist jetzt die amerikanische Haltung dazu oder wie soll ich, wie soll ich mich jetzt gedanklich dazu aufstellen, finde ich das gut, was passiert ist, wer ist denn jetzt der Böse, aktuell kann man so was zum Beispiel auch sehen in Aserbaidschan und Armenien, ja, also wo ein Konflikt ist, der auch schon Jahrtausende alt ist und wo man sich, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, jetzt eigentlich fragt, ja, wer ist denn jetzt eigentlich der moralisch Vernünftige in dieser Situation, gibt es da einen moralisch Vernünftigen in dieser Situation, sagt man das jetzt, der Gute ist der Böse oder gibt es möglicherweise nur grau und das kommt in dem Band sehr, sehr oft vor, diese Frage. Das erinnert mich total an einen anderen Comic, der praktischerweise schon wieder von Edition Moderne ist, hab den grad mal rausgesucht, die Spinne von Mashat von Mana Neyestani ist 2013 erschienen und soweit ich mich noch dran erinnere, ist da auch jemand irgendwo in Mashat, also irgendwo im Nahen Osten unterwegs gewesen und hat genau diese Geschichten auch gemacht, die wollten irgendwie ein Interviews führen und du kriegst einen total detaillierten Einblick drauf, wie das Bild der Frau ist, wie das kollidiert aber auch mit tatsächlichen Situationen, wie aber auch das Rechtssystem da vor Ort funktioniert, ich glaub das war sogar im Iran, also daran erinnert mich das, vielleicht ist das eine Empfehlung, die man dann da mal nachschieben kann, ich hab den als gut in Erinnerung, aber viel mehr Details hab ich grad nicht parat. Okay. Reportage, Comics sind ja eh nochmal so ein ganz eigenes Feld, da sind jetzt auf jeden Fall spannende Sachen, ich hab da jetzt auch nicht wahnsinnig viel von gelesen, mir sind auch als erstes Josaku und Gide Lille irgendwie eingefallen, wobei Gide Lille ist ja auch so, ja ein bisschen so eine Zwischenform, der ist ja jetzt nicht irgendwo hingefahren, um eine Reportage zu machen, sondern der ist halt als Ehemann einer Frau, die für Ärzte ohne Grenzen in verschiedenen Ländern gearbeitet hat, einfach also als Ehemann da mit dabei gewesen und hat Geschichten aufgezeichnet, die er dort erlebt hat beziehungsweise der erste Band, ich glaube Shenzhen war der erste Band, einfach halt erzählt von seiner Erfahrung, wie er in China in einem Animationsstudio gearbeitet hat als Kanadier, aber klar, er ist dahingehend, also kein Journalist, aber trotzdem sind das interessante Reportagen. Ich hatte das Glück in Taiwan letztes Jahr eine super Ausstellung zu sehen über Reportage-Comics aus Südostasien, es gibt da einen Verlag, der heißt Slow Work und die bringen eine Anthologie raus, die heißt Monsoon und ich glaube, da kommt einmal im Jahr ein Band raus und das sind eben explizit Reportage-Comics aus Südostasien, also nicht nur aus Taiwan, sondern aus verschiedenen südostasiatischen Ländern. Hervorragendes Zeug, leider kriegt, also ich glaube, man kann die über die Website vielleicht bestellen, der Buchhandel kann es nicht beziehen bei uns, also zumindest, ich habe, als ich den Comicladen angefragt habe, die konnten es nicht beziehen, ich habe mir einen Band mitgenommen aus Taiwan, aber ich finde so dieses Feld Reportage-Comics ein sehr, sehr spannendes, wenn man das gut verbinden kann, einen guten Journalismus auch mit einer spannenden visuellen Erzählung, also wenn man es auch visuell gut erzählen kann, finde ich das ein sehr, sehr, eine eindrucksvolle Verbindung und für uns als Comic-Leser ist der Comic dann eben auch ein Medium, der uns ein Thema dann auch auch nahe bringen kann, wenn es gut gemacht ist, natürlich, ist klar. Sarah Glenn kenne ich jetzt auch nur dem Namen nach, ich habe noch nichts von ihr gelesen, aber ich fand, was du jetzt berichtet hast, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und wenn der Comic das, ja, einem Comic-Leser nahe bringen kann, ist das ja eine gute Sache. Patrick, hast du eine Meinung zu Reportage-Comics oder zu dem Band jetzt im Speziellen? Ich bin da auch relativ jungfräulich in diesem Genre drin, aber ich finde es auch gut und richtig, dass es dieses Genre überhaupt gibt, dass da ein paar mehr Leute auch aufmerksam werden, aber ähnlich wie Breedstorm bin ich dann auch der Meinung, 30 Euro würde ich dafür jetzt nicht ausgeben, ich würde da eher reinlesen, wenn es das für den schmalen Taler gibt, weil ja, dafür habe ich sonst zu viele andere Comic-Interessen, die auf den Geldbeutel schlagen, da muss ich dann auch ein bisschen differenzieren. Ja klar, da müssen wir alle auswählen. Aber das ist auch so ein Thema, wo ich mir gut vorstellen kann, dass sowas auch wieder in der Bücherei zu kriegen ist. Ab und zu haben wir ja auch Reinhard Gleis, der sich mit solchen journalistischen Comics hier in Deutschland auseinandersetzt. Ab und zu. Guter Punkt, wo ist da wieder die Abgrenzung? Der macht ja viel Biografie, ich glaube, das ist wieder ein bisschen was anderes als Reportage, aber wäre eine Diskussion für eine andere Runde wahrscheinlich mal. Nee, er macht viele Biografien, aber ab und zu hat er dann auch so diese Reportage-ähnlichen Comics und er ist einer der wenigen Deutschen. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu unwissend, aber mir fällt jetzt leider nur er ein, der so ab und zu ein bisschen so Reportage-Comics rausbringt. Es war doch vor zwei Jahren beim Salon eins der großen Themas, Themen, so rum, zu, es waren, entweder war das, Comic-Journalismus war, glaube ich, großes Oberthema und da war eine Ausstellung, genau, irgendwie sowas. Ich glaube, das hat auch der Tillmann Kurt moderiert und da ging es sowohl um die Frage, wie wird Comic, das Medium Comic journalistisch bedient, eben zum Beispiel mit solchen Reportagen, Comic-Reportagen als auch was ist Comic-Journalismus. Ich glaube, das waren alles so Themen, die da mit dabei waren. Wer da also noch ein paar Infos braucht, der kann mal gucken. Da gibt es auf YouTube, glaube ich, dann auch entsprechend, wenn es Vorträge gab, meistens auch Aufzeichnungen zu. Danke. Wisst ihr, ob es da mehr deutsche journalistische Comics in der Richtung gibt oder wisst ihr da auch genauso wenig wie ich? Müsste ich drüber nachdenken, ob mir da was einfällt. Ich bin mir sicher, es gibt vieles, das ich nicht kenne, aber mir fällt halt leider nur Reinhard Klaas ein. Also, nächste Themensendung, Reportage-Comics aus Deutschland oder generell Reportage-Comics mit auch noch einem Aspekt Deutschland. Genau. Und learning franko-belgische Comics with Andi. Ja, genau. Andi, magst du weitermachen? Auf jeden Fall, denn ich hatte die Gelegenheit, Adamstown zu lesen und wie der Comic gerade aussieht, hat mein Nachwuchs die Gelegenheit auch gehabt, denn hier sind schon überall tolle blaue Kuli-Striche drauf. Das ist ein Comic, der ähnlich übrigens auch wie der Freaks, den du vorhin angesprochen hattest, den gibt es auch nochmal als Film. Was ist der Hintergrund dessen? Verena Braun, die hier als One-Woman-Show diesen Comic in Eigenproduktion veröffentlicht hat, wurde angeschrieben von einem Produzenten beziehungsweise Regisseur, dessen Name fällt mir gerade nicht ein und der wollte einen Film draus machen. Wie komme ich da überhaupt drauf? Was ist das überhaupt? Warum habe ich einen Comic in der Hand, von dem ich vorher noch nie was gehört habe? An der Stelle mal ganz, ganz liebe Grüße an die Kollegen von Yay Comics, bei denen hier auch zwei im Team schon auf jeden Fall auch zu Gast gewesen sind, soweit ich weiß. Nee, Quatsch, weiß ich gar nicht. Britta, warst du da? Nee, gell, warst du da schon zu Besuch? Nein. Ah, hab ich gedacht, hab ich gerade mit das alles verwechselt. Passiert. Nee, aber ich hab hier den Regisseur stehen, Henning Wützel-Herber und Patrick Merz sind hier die Regisseure. Sehr gut. Einer der beiden, der hat sich halt eben bei dir gemeldet und einer der beiden und auch die Verena Braun, die waren bei den Kollegen zu Gast, haben da ein großes Interview gegeben und sich sowohl über den Comic als auch über den Film unterhalten, denn die Regisseure fanden die Comic-Vorlage scheinbar ganz gut verfilmbar, die hatten da voll Bock drauf und wollten da was machen. Worum geht's in Adamstown? Adamstown ist eine Western-Geschichte, in der Tiere und Menschen zusammenleben, aber wirklich von Tieren zu sprechen wäre falsch, es sind also auch wieder Anthropomorphe-Tiere und genau genommen ist es so, dass Adamstown eine verfluchte Stadt ist, in dieser Stadt Adamstown, da können, also da kann nicht jeder einfach so ein Haus bauen, das ist so Western-mäßig, so mit Saloon und hast du nicht gesehen, nein, nur Tiere können da ein Haus bauen und um diesen Fluch zu brechen, dass auch Menschen da wieder ein Haus bauen können, müsste eine Bank gegründet werden und letztlich erleben wir hier, wie die Menschen in Adamstown darauf reagieren, dass da neue Leute kommen und so eine Bank bauen wollen, das Ganze hat ganz viele verschiedene Figuren, die da irgendwie an dieser großen Überstory, dem Bau dieser Bank quasi beteiligt sind, wir haben Stadtgründer, wir haben Bösewichte und alle haben irgendwie, sag ich mal, Anteil an dieser Story, die auch in kleinen aber feinen Episoden erzählt wird und wahrscheinlich ist es sinnvoll, diesen Comic zu lesen, wenn man halt nicht schon hundemüde ist, denn der ist teilweise ein bisschen verworren, hat wirklich viele Handlungsstränge und das kommt in dem Interview bei EA Comics auch gut raus, die mussten für den Film halt arg reduziert werden, das ist auch der Fall gewesen, ich kenne vom Film nur circa die Hälfte, dazu gibt es übrigens auch eine ausführliche Besprechung beim Telestammtisch, wo Kollegen den Film noch dazu besprochen haben, ganz aktuell und naja, auf jeden Fall gibt es hier für 20 Euro ein nettes Hardcover mit ISBN-Nummer, das bin ich ja total, finde ich ja mega beeindruckend, konnte ich nur direkt bestellen bei der Künstlerin selbst, also es war gar nicht so einfach, da kommst du nicht eben mal dran, wenn du auf den großen Versandhändler mit A klickst und ja, das ist eine Geschichte, halt ein Western-Setting, teilweise auch ein bisschen absurd, man könnte meinen recht sprunghaft, aber dadurch insgesamt auch relativ interessant erzählt und komplett in schwarz-weiß, ich weiß gar nicht, die Lara Bayer-Comics hat da eine tolle Formulierung für gehabt, wie man diesen Stil bezeichnen würde, ich glaube, sie hat von irgendwie Kratzen, Kohlekratzen gesprochen, keine Ahnung, das hört am besten selbst mal rein, wenn ihr da eine passende Formulierung für hören wollt, das ist gar nicht schlecht, es ist relativ, also es ist wirklich ganz viel schwarz-weiß, sag ich mal, die Hintergründe sind jetzt eben nicht immer so ausgearbeitet und ja, es fällt mir dann doch relativ schwer, über den Comic dann so sehr viel mehr zu sagen, außer dass er mal was ganz anderes ist, auch ein bisschen anstrengend zu lesen, damit die Lesenden auch erfordert, was ja nichts Schlechtes ist, mit gerade mal 130 Seiten sind es glaube ich, ja genau, knapp über 130 Seiten, seit ihr ungefähr zweieinhalb Stunden beschäftigt und ganz großes Highlight noch, die Verena Braun hat unter anderem, also die ist auch Musikerin und hat auf Bandcamp den Soundtrack zum Comic noch mit veröffentlicht, das heißt also, es gibt hier so einen Link, auf den könnt ihr gehen und da könnt ihr euch kostenlos den Soundtrack zum Comic mit anhören und den kann man glaube ich sogar runterladen, denn ja, ich habe das persönlich noch nicht gemacht, aber es gibt im Comic selbst immer wieder also ständig die Situation, dass irgendwelche Charaktere anfangen zu singen und dann so ein bisschen die eigene Geschichte oder die Geschichte der Stadt besingen oder so und ich habe jetzt wie gesagt noch nicht die Gelegenheit genutzt mal bei Bandcamp da rein zu hören, ob das jetzt genau das ist oder ob es sich was eigenes dazu steuert, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es überhaupt gibt diese Möglichkeit da eben ja, einen Soundtrack zum Comic zu hören habe ich auch nicht jeden Tag. Genau, und Comic wirst du den verlinken? Ich kann den auf jeden Fall verlinken ja klar, warum auch nicht tut der nicht weh also wir haben ja die Show Notes gar kein Problem den Film übrigens selber zu dem will ich jetzt nicht so sehr viel sagen der hat keinen regulären Kinostart oder Geheimkinostart die haben gerade das Problem dass sie quasi nirgends richtig unterkommen das ist ein integratives Projekt bei dem die zusammen mit einer sozialen Einrichtung Menschen mit Behinderung in Rollen also die haben die füllen die Rollen aus da sind ganz unterschiedlichste Behinderungen dabei da wird teilweise auch Gender Swapping Gender Switching betrieben also das quasi männliche Figuren von Frauen gespielt werden und andersrum da sind teilweise Leute dabei die deutsche Sprache nicht sonderlich gut beherrschen das hört man auch also ganz aber toll also man kann den nicht bewerten wie man jetzt so einen Nolan Film bewerten würde oder so man muss da mit ganz anderen Aspekten reingehen und nachdem ich jetzt hier teilweise eben auch weiß wie es im Comic vorgegeben ist muss ich schon noch sagen dass das wirklich mit den Mitteln die sie hatten echt sehr interessant geworden ist ja wie da letztlich jetzt hier noch ein Comic bei rausfallen konnte der leider noch keinen Verleih hat unter adamstownfilm.com gibt es die Gelegenheit die Macher des Films direkt anzuschreiben und da dann auch den Film quasi für private kleine Vorführungen zu buchen also so kommt man schon ran man wird da jetzt aber keine DVD irgendwo herbekommen oder man wird auch eben nicht mal irgendwo ein Ticket ziehen können um dann da in einen Kinosaal zu gehen ja ein sehr interessantes Projekt ein sehr eigenständiges und eigensinniges Projekt auch das garantiert nicht für jeden gemacht ist aber vielleicht ist es nochmal einen Blick wert und es gibt eine Leseprobe auf der Internetseite Habt ihr mit dem Comic irgendwie schon zu tun gehabt? Ich nicht aber ich gehöre zu den Leuten die diesen Film für den Tele-Stammtisch tatsächlich sehen durften und ich kann die Erfahrung die Ani mit dem Comic gemacht hat schon teilen aber ich hab auch gemerkt man musste da deutlich mehr reduzieren an Handlungssträngen man hat hier teilweise die Erklärungen über Exposition-Dialoge über irgendwelche Exposition-Musical-Songs untergebracht also auch im Film wird viel gesungen und der Film hat so ein bisschen so eine Optik wie Helge Schneider das Texas aber er hat halt nicht so diesen Helge Schneider Blödelhumor sondern hat da wirklich wie der Comic so eine ganz eigene Herangehensweise und er hat auch so einen eigenen Soundtrack also da war dann Verena Braun sehr beschäftigt damit da noch ordentlich viele Musikstücke reinzuklatschen ich weiß nicht ob das auch sich mit diesen Musikstücken deckt die der Comic Soundtrack hat oder ob man da jetzt explizit was anderes genommen hat oder komponiert hat für den Film aber es ist wirklich der Film ist schwer zu bewerten weil er eben so ein Projekt ist wo du nicht mit den normalen Maßstäben rangehen kannst sonst würde man den nach Kritikermaßstäben ein bisschen schlechter dastehen lassen als er eigentlich ist das ist halt einfach ein sympathisches kleines Filmprojekt über Leute die einen Film machen wollten und das finde ich auch schön naja klingt ganz interessant wenn man diesen Comic veröffentlichen würde oder den Film dann würde ich das wirklich so im gesamten Bundle machen so über Kickstarter dass du dann den Film kriegst mit Audio Kommentar mit den Comic und vielleicht den Soundtrack dann hat man wirklich so dieses bestmögliche Paket für interessierte Leute beim Film frage ich mich auch wie man das denn sonst anders vermarkten weil es ist wirklich schwer irgendwie großartig zu bewerben was ich schade finde und der Kauf des Comics unterstützt ja auch die Corona Stützung beziehungsweise ne Corona Untersuchungen das weiß ich gar nicht das hat sie auch schon in der Filmkritik glaube ich gesagt was genau bedeutet das ja das ist so ne so auf der Seite von Adamstown ich wollte den Comic ja auch bestellen da stand tatsächlich dass damit auch so ein bisschen die Corona Forschung tatsächlich unterstützt wird also tut man damit auch was für den guten Zweck und man kann dann danach sagen hier ich hab bei Corona zumindest irgendwie ein bisschen geholfen klar klar ja sicher irgendwer sagt das bestimmt jo hier Adamstown schwarz ich halte mal was in die Kamera damit ihr mal Eindruck habt vom es sieht natürlich es macht gar keinen Sinn jetzt mit der Kamera aber ich die ist schon klar dass wir was sehen ja aber die Leseprobe die ich ja gerade erwähnt hatte die findet ihr ja trotzdem und da habt ihr dann ungefähr auch trotzdem einen Einblick was euch da so erwartet das ist halt schwarz-weiß und interessant schaut nicht verkehrt aus und heute schon der dritte oder vierte schwarz-weiß comic den wir besprochen haben aber wir sind so nazi-fazi wir haben wir haben noch noch zwei comics zu besprechen die sich auch nahtlos eigentlich anschließen an andere comics die wir schon besprochen haben wir haben noch ein noch ein noir comic und noch ein western und ich glaube auch beide weitgehend in schwarz-weiß magst du einfach mal weitermachen also ich hab hier jetzt noch von kultcomics den comic archi noah von sascha derp sascha derp ist ja auch bei den comic cookies kein unbekannter der war glaube ich letztes jahr auch beim weihnachtsspezial und beim ja beim drunk cast und der ist eigentlich sehr viel beschäftigt theoretisch könnte man jeden monat locker einen comic von dem besprechen so viel haut der an veröffentlichungen raus ich hab gefunden archi noah ist so der von ihm beste erste eindruck den man gewinnen kann weil er einfach ein so schöner noirartiger crime ist der auf der archi noah stattfindet es geht um den gottesanbeter sam der muss auf der archi noah ein verschwundenes einhorn finden bis es bis der regen aufgehört hat sonst wird man ihm seine spielschulden nicht erlassen und er wird wahrscheinlich gelüncht ähm und dabei hat man ihm wirklich sehr viele abgedrehte tiere sam denkt halt die ganze zeit nur an sex hat aber angst dass ihm der kopf abgebissen wird dann hat er einen affen ich weiß jetzt den namen nicht auch er ist so ein tierischer sidekick und die archi noah wird wie die tades von dr who beschrieben von innen größer als von außen war auch sowas wo ich sehr lachen musste und es ist sehr im sin city style also fast jedes bild ist irgendwie eine parodie oder eine anspielung auf sin city so dieser humor zieht sich durch und ist halt dadurch lustiger dass man hier viele anthropomorphe beziehungsweise sprechende tiere hat die jetzt in diesen völlig absurden krimi da mit eingearbeitet sind ja sascha derp ist wie du sagst eine eine der fleißigsten zeichner um es mal doof zu sagen der bringt tatsächlich so einiges raus ich weiß neuer ist wieder auf seinem instagram einen neuen comic von ihm angekündigt gesehen wie bitte irgendwas mit flat earflers oder sowas ja genau so ein sci-fi was auch immer sah aus wie wieder so ein pulp parodie ding so ähnlich wie seine mad eagle geschichten so in die ecke in die kerbe schien das so ein bisschen zu schlagen ja interessanter typ ich hab nicht so viel von ihm gelesen ich hab die beiden mad eagle gelesen und die die fliege die er dieses jahr rausgebracht hat ach aber ja der ist echt ein super typ der ist mega interessant der hat ja auch privatleben und einen echten job von dem er gerne mal erzählt wenn man ihn privat trifft der typ ist mega einfach cool wir haben zum digitalen comics salon hab ich mit dem comics spotlight gemacht wo er mir frage und antwort gestanden hat und eben auch aus dem comic selbst gelesen hat hat da eine ganz tolle lesung vorbereitet das war klasse heute hatte ich die gelegenheit von einem befreundeten comic zeichner den wir hier auch schon zu gast hatten einer der letzten ausgaben vor dem comeback den der patrick auch ganz gut kennt heute mal ein variant cover zu sehen für mad eagle 3 das bald erscheinen wird und so der sascha ist einfach ein super typ mega produktiv und ich hab von dem noch nichts gelesen das ich auch nur irgendwie mittelmäßig bis schlecht fand alles war irgendwie unterhaltsam und gut auch wirklich vom artwork her mega facettenreich und gerade jetzt hier der von dir besprochene Arche Noir der ja auch noch mal in der version rausgekommen ist es gibt da also eine self also quasi ein eigenpublished selfpublished so ist das wort genau also eigenproduzierte ausgabe als auch dann noch eine bei kultcomics weil der comic inzwischen eben bei einem Verlag untergekommen ist und der wurde ja auch super gut besprochen den kann man sich echt mal angucken vor allem er kostet nur 10 Euro da macht man nicht viel verkehrt sascha derp ist oft auch im kleinen preisigen segment vertreten mittlerweile auch bei plemplem öfter vertreten mit seiner fortsetzungsstory bei warcomics die er mit seinem vater schreibt die hab ich auch noch hier liegen das war das nächste da als ich mit mit dem andi in bamberg war waren wir im plemplem shop und da hab ich mir auch die die war ausgaben mit dem buddha von berlin mitgenommen da erscheint ja jetzt auch bald der der neue band war 18 oder 19 oder so ich glaube auch 18 ja die die hab ich noch hier liegen die hab ich noch nicht gelesen aber ich hab tatsächlich die woche schon in der hand gehabt auch ich hab vorhin eben auch den drunk cast erwähnt da hat er wirklich nebenbei während wir alle ein bier nach den anderen getrunken haben hat er noch nebenbei andere comiczeichner für andere comicprojekte rekrutiert also er zeichnet nicht nur viel er schafft es auch nebenbei sehr viele künstler in andere projekte mit einzubeziehen und er lässt sich auch öfter für andere projekte die er nicht selber geschrieben hat einspannen also er ist da wirklich schon allein dadurch sehr produktiv ich würde mich fragen wie von ihm mal ein dickerer größerer comic aussehen würde weil dann müsste er ja wirklich seine vielen gefühlten 10 20 projekte die er zeitgleich macht mal ein bisschen drosseln wie er das mal hinkriegen würde aber so ist er halt wirklich so der der entweder in seinen comics einen sehr crimeartigen stil hat der dann schon ein bisschen da zeigt wie sehr ihn das politische die politische stimmung in deutschland aufregt und dann hat er teilweise auch seinen herrlichen nonsens wo er dann einfach filmparodien durch macht und das auf eine sehr sehr lustige art und weise also der trifft da mit seiner sarkastischen art ziemlich oft meinen humor deswegen lese ich auch so viel von ihm oder ratten von ihm hatten wir ja auch diesen horror comic ja ja der taucht bestimmt noch öfter in diesem podcast auf ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja auch ich glaube Mad Eagle 2 mitgenommen als wir im plem plem shop waren Mad Eagle 1 hatte ich schon und da habe ich dann 1 und 2 diesen Sommer beide nochmal gelesen beziehungsweise neu gelesen ich hätte schon auch Kritikpunkte so ist es nicht also ich könnte ich könnte die schon auch auch so ein bisschen noch unter die Lupe legen und ein paar auf so ein paar Seiten mit dem Finger zeigen und sagen naja da kann man noch ein bisschen was anders machen aber sein Zeichenstil an sich gefällt mir sehr sehr gerne nur ein paar andere Stilelemente also seine Sprechblasenplatzierungen sind nicht immer nicht immer optimal zumindest bei Mad Eagle er hat ja zwei Stile einen Cartoonigeren und einen etwas Norartigeren und bei Arche Nor verbindet er beides so ein bisschen miteinander bei Chameleon war es ein paar Spiele mehr so in Richtung Crime da war auch sein Strich ein bisschen ernster und weniger Cartooni ja cool wie gesagt spannender Typ ich persönlich hatte mit ihm noch keinen Kontakt aber ihr ja schon aber ich habe hin und wieder Kontakt zu Bela Sobotke und dessen Comic dessen neuen Comic stelle ich jetzt vor die Legende von Kronos Rocco dieses Jahr erschienen bei Gringo Comics wie alle Comics von Bela Sobotke wer Rocco noch nicht kennt das ist der der dritte Comic mit der Figur das das Rocco das Anti Helden Western Anti Helden das ist so Belas Figur ein bisschen eine Hommage Schrägstrich Parodie auf verschrobene Italo Western Bela ist großer Fan des etwas abseitigen Kinos und da dann eben auch des Westerns und er hat neulich erst auf Twitter jemand nach seinen Western Top 10 gefragt und wenn man sich die Liste anschaut da stehen jetzt nicht zwingend so die üblichen Verdächtigen drauf also Bela kramt dann schon so ein bisschen in der eigenen Biografie und in der Videotheken Kiste und all diese Einflüsse und Leidenschaften die er aus dem Kino auch so hat die bringt er auch gerne in seine Comics rein also viel Science Fiction Horror Western alles ein bisschen Pulpy ein bisschen B-Movie und das in einem in einem Schwarz-Weiß Zeichenstil der in den letzten paar Bänden auch immer mit etwas mehr Farbe angereichert hat also im zweiten Rocco-Band hat er dann schon so ab und zu mal ein bisschen Rot verwendet und jetzt hier im dritten Rocco-Band wenn man jetzt mal die kleine Rocco-Fibel noch mit ausnimmt die ist noch mit dazwischen also jetzt im Kronos-Rocco ist schon sehr viel Rot mit dabei also man kann sagen der Comic ist hauptsächlich Schwarz-Weiß-Rot es geht um diese Figur das Rocco das schweigsamen einsamen Cowboys der durch die Lande zieht und in verschiedene Abenteuer verstrickt wird und im neuen Band Legende von Kronos-Rocco ist es so dass er nicht nur in verschiedene Abenteuer verstrickt wird sondern diese Abenteuer noch in verschiedenen Zeiten und verschiedenen Orten stattfinden also es ist eine Zeitreise Geschichte Rocco verschlägt es immer wieder durch die in verschiedene Epochen und wie gesagt eben auch an verschiedene Orte er landet in Berlin er landet in Süddeutschland und hat es mit mit verschiedensten Gegnern zu tun also wie gesagt hier kommt dann wieder so die ganzen Einflüsse aus Monsterfilmen und auch Belas antifaschistische Haltung die gerne mal in den Comics auch rauskommt wenn wenn Rocco gegen irgendwelche Ku Klux Klan oder Nazi Schergen zu kämpfen hat es ist ein Palp Unterhaltungscomic wie man es von von Bela kennt also der macht das ganz wunderbar ist komplett von ihm gestaltet er ist ja auch gelernter Grafiker also auch die komplette Covergestaltung das Backcover alles das macht er alles in Eigenregie und lässt es dann quasi von Gringo nur noch in Druck geben er hat sich für diesen Comic jetzt das erste Mal für so ein klassisch europäisches Albumformat entschieden also etwas größer als seine seine bisherigen Comics also die wo die anderen Comics eher so A5 waren ist der neue eben so A4 im Hardcover und nutzt da auch so die das ist das Format der großen Seite also er ist da schon sehr detailverliebt mittlerweile geworden Bela sagt auch dass er vor allem seit er auf dem seit er digital inked eigentlich noch noch länger dafür braucht weil er noch detailversessener ist wenn man dann auf dem Rechner die Seiten dann so groß ziehen kann dass man sich noch quasi auf Pixelgröße noch irgendwie mit seinem Strich beschäftigen kann das merkt man dem Comic auf jeden Fall an dass die Seiten da sehr sehr detailliert auch gestaltet sind also Bela hat da immer sehr einen humorigen Ansatz zu seinen palpigen Abenteuer Geschichten die mir sehr mir sehr gut gefallen muss man muss man wahrscheinlich mögen ist sicherlich nicht für für jeden Leser oder jede Leserin aber wenn man eben so B-Movie Charme einen Zugang hat ist man bei Bela Sobotke sehr gut aufgehoben ansonsten natürlich auch wieder ein grundsympathischer Typ er war bei uns bei das alles schon mehrfach zu Gast zuletzt auch irgendwann Anfang des Jahres wo er eben auch schon über Kronos Rocco gesprochen hat bevor der Comic rauskommen ist auch der hätte natürlich zu Erlangen rauskommen sollen Erlangen ist natürlich ausgefallen aber Comic ist dann etwas später dann einfach so im Comic Laden erschienen und im Buchhandel Breedstorm hat ihn auch gelesen du hast ja auch schon andere Bela Comics gelesen du hast auch schon mit Bela Kontakt gehabt auf dem Comics Salon wie hat dir Kronos Rocco gefallen Ja ich finde es eine gute Entscheidung das Format zu wechseln dadurch wirken wie du schon gesagt hast die Sachen ganz anders das sieht man ja schon bei dem Cover wie er sich da optisch austoben konnte was er da grafisch umsetzen konnte und das wirkt natürlich ganz anders als wenn du es auf einem kleinformatigen Ding hast dann mag ich halt sein Monster Design da legt er ja auch immer sehr viel Wert drauf dann halt immer nicht ist es jetzt eine Anspielung auf einen gewissen Film den ich vielleicht nicht kenne oder hat er das jetzt selber designt aber optisch ist es halt einfach sehr gut gelungen und ich fichtelgebirge 1975 aber ansonsten finde ich es da schon sehr ähnlich ja und ich glaube es ist nicht für jeden was tatsächlich aber wenn du an abgefahrenen Sachen Spaß hast wie zum Beispiel was weiß ich die die alten heavy metal Sachen oder sowas ja oder ja verschiedene ami Sachen aus dem independent Bereich dann kann man hier auch sehr gerne zugreifen ja Bela mag es ein bisschen derbe da spritzt das blut und das das macht er sehr gut das macht er mit leidenschaft das merkt man seinen comics auch wirklich an dass das so quasi das ist die person Bela in comic form gegossen also der macht einfach so komplett sein ding vom ersten strich bis zum letzten design element und das finde ich so bewundernswert bei ihm auch also das da wirklich da er verstellt sich da überhaupt nicht er hat seinen sein broterwerb wie die meisten zeichner eben in auftrags arbeiten und die ihm auch sehr viel spaß machen und in seinen comics lebt er einfach komplett seine eigene persönlichkeit aus ohne auch rücksicht auf irgendwelche mainstream oder ökonomischen gedanken sondern sagt ich mag sterbe und das gieße ich in comics ich liebe comics und ich liebe derbe geschichten also führe ich das zusammen und das macht er ganz toll ich bin da bei ihm immer sehr gespannt was was dann so als nächstes auch noch kommen wird andi hattest du schon irgendwie kontakt mit bela comics ich glaube du hast auf jeden Fall auch die kleine rocke fiebel glaube ich die konnte ich glaube ich nicht aufschwatzen ich erinnere mich wollte sie die aufschwatzen und dann hast du dich nicht hast du dich ein bisschen geziert hattest du schon irgendwie berührungspunkte mit bela so botke und seinen comics ja ah und ich frag mich gerade wo das war ich denke das war im Rahmen von irgendeiner Anthologie irgend so ein Space Ding mit Nazis wo irgend so eine mega krasse schwarze Frau irgendwen auseinander genommen hat wo war das denn letztes Jahr raus ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das das Buch hieß weil ich das selber auch noch nicht habe aber ja ich weiß wovon du sprichst ich weiß das war in die habe ich nämlich auch interviewt pass auf ex ex Atlantis Verlag exodus bam exodus ist eine science fiction anthologie gibt es auch schon im zweiten teil und im ersten teil da war er mit genau dieser geschichte drin glaube ich bin mir relativ sicher und das habe ich gesehen das fand ich saugeil Patrick ich habe leider noch keinen Kontakt mit bela gehabt aber das klingt ziemlich interessant und genau nach dem kran den ich sonst lese also monster action blutig splatter und ja ja also comics sind alle bei gringo erschienen ich glaube es sind nicht mehr alle aufgelegt aktuell aber die rocco comics auf jeden fall also er hat ja vorher auch noch auch noch andere comics gemacht aber die ich glaube die drei rocco comics sollten auf jeden fall aufgelegt sein werde ich mir merken vielleicht lese ich da auch mal rein aber aufpassen ist natürlich x-rated er hatte sein eigenes x-rated zeichen hinten drauf ist nämlich rated x by an all mutant jury also das sind so die kleinen details die er überall im band versteckt hat hinten dran hat er auch so diesen typischen das ist in welcher farbe ist das in sobo color ist das natürlich das ist ganz ganz klar also das die koloration muss man ja schon hat mich wie gesagt an phantom früher erinnert phantom klassische superhelden serie die eine zeit lang wirklich nur in so rot tönen erschienen ist glaube ich in so großformatigen heften wasser und das das ist hier ziemlich genau das ich glaube er hat sich auch entweder habe ich es gelesen oder im anderen podcast gehört da hat er sich auch darauf bezogen dass er da sich so daran anlehnt an diese koloration von phantom ja er hat zum beginn das das chronos rocco hat er so seine seine direkten einflüsse genannt und da ist das das phantom und die kolorierung von phantom mit dabei noch besser mit bestem dank für die inspiration an und da ist dann unter anderem die unermüdlichen rot koloristen bei bastai die in den 70ern und 80ern das phantom mit einer einzigen zusatzfarbe auf das nächste level gehoben haben die anthologie heißt cosmic die gehört zum exodus magazin aber die science fiction anthologie anthologie an sich heißt cosmic in der bila eben da auch seine seine geschichte mit drin hat ja ich habe auch seine seine ganz frühen hefte namens gonso gulasch die noch ein bisschen noch ein bisschen derber auch sind noch ein bisschen roher auch im stil aber das da das habe ich auch so wieder gesehen als ich chronos rocco gelesen habe da habe ich mich dann auch häufiger an seine an seine gonso gulasch geschichten irgendwie auch erinnert gefühlt also da schließt sich irgendwie auch so ein bogen oder es ist halt einfach die gleiche handschrift kann man einfach nichts nichts verkennen ja wie gesagt bila super typ bin ich großer fan von und freue mich auf seine nächsten comics und bin gespannt in welche richtung er da als nächstes gehen wird hat er da jetzt nicht auch länger daran gearbeitet ist es nicht jemand der noch relativ viel zeit braucht für seine comics ja also wie gesagt er sagt es eben auch zuletzt dadurch dass er jetzt eben durch das digitale arbeiten noch länger an den comics arbeitet noch detailverliebter wird umso länger braucht er eben auch dafür also er hat vor zwei Jahren zum comicsalon kam eben die kleine Rocco-Fibel raus das war ein Heft getackertes Heft eine Sammlung von Kurzsachen die anderweitig schon erschienen waren aber der letzte Rocco-Comic war dann glaube ich entsprechend vier Jahre her also ich glaube er kommt immer zu Erlangen irgendwie mit einer mit einer Veröffentlichung aber zwischen den großen Rocco-Bänden lagen jetzt glaube ich vier Jahre also schon so ein bisschen auch wie beim franco-belgischen Comic wo sie nicht jedes Jahr was raushauen müssen sondern wo man sich wirklich Zeit lässt ja wie gesagt das ist natürlich auch der Broterwerb steckt natürlich in anderen Arbeiten und nicht im eigenen Comic er hat ja auch lange Jahre auch Auftragscomics für verschiedene Firmen gemacht also auch da hat er zwischendurch mal einen Sammelband rausgebracht mit Stripsteer für ein Fernfahrermagazin jahrelang gemacht hat Utas Truckstop aber ja die die eigenen Comics ja das geht dann halt einfach nicht so so schnell von daher ist es das Oeuvre auch noch halbwegs überschaubar da kann man noch gut einsteigen das ist nicht wie der franco-belgische Comic erschlagen ja schön also ich finde es war ein wir sprechen das ja im Vorfeld jetzt nicht direkt ab was für Comics wir besprechen jeder sucht sich ja seine selber aus und dann sagen wir halt entsprechend was wir so besprechen aber irgendwie haben wir es tatsächlich hinbekommen mehrere Schwarz-Weiß-Comics mehrere Noir-Comics mehrere Western hier zusammen zu bringen also bis auf ein paar Ausnahmen ist das ja quasi schon fast eine Themensendung gewesen viel deutscher Comic oder auch deutschsprachiger Comic mit dem Schweizer auch mit dabei interessante Mischung wieder also ich bin jedes Mal eigentlich wieder begeistert wie unberechenbar die Comic-Auswahl in diesem Podcast ist wo noch jeder immer man kann glaube ich keinem von uns so vorher sagen der bringt halt wieder irgendwie zwei japanische Comics mit oder was ist es jeder kommt immer wieder aber mit was anderem ums Eck das finde ich sehr spannend machen wir gut will ich damit sagen vielen Dank in die Runde gerne dafür stehen die Comic gucke ich doch auch oder Breedstorm wenn du überlegst was so sonst immer hier besprochen worden ist noch von einem Jahr oder zwei oder drei das war doch nie so einheitsbrei oder nö also wir waren schon immer sehr unterschiedlich aufgestellt der Disney-Faktor wird momentan nicht so stark bedient wie der Stefan das immer getan Patrick hat zumindest ja neulich mal Don Rosa vorgestellt auch richtig und ich denke das ist halt auch das Schöne daran dass man einfach immer Sachen kommt wo man sonst nicht drauf kommen würde also das für mich wäre die Sendung dann auch immer teuer wenn ich dann anfange Sachen nachzubestellen Ja wunderbar ich habe mich wieder sehr gefreut vielen Dank in die Runde vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören wir sind immer für Feedback offen findet uns auf den entsprechenden Social Media Kanälen gebt uns Kommentare sagt uns ob ihr die Comics vielleicht selber auch schon gelesen habt was ihr für eine Meinung dazu hattet oder ob ihr irgendwas davon interessant fandet und euch gerne mal anschauen wollt guckt in die Shownotes wo ihr die entsprechenden Verlinkungen findet zu allem was wir hier besprochen haben hört euch vielleicht mal diesen Soundtrack zu Adamstown an und sagt uns wie euch das so gefallen hat und ansonsten würde ich sagen wir hören uns dann in einem Monat wieder mit Comic Cookies 93 und vielleicht haben wir dann ja nur taiwanesische Comics mit dabei oder so es ist es bleibt unberechenbar man wird es nicht wissen aber ja tschüss alle und bis zum nächsten mal adieu tschau auf wiedersehen tschau da tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020